So, grüßt euch, auf euch geht's gut, willkommen zu diesem Stream, einen Abendtag, hallo. Moin, 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 wie Nintendify, den ich immer falsch ausspreche, schon richtig erwähnt. Knut Lotzer, circa 20.30 Uhr, wärst du lieber keine Uhrzeit da stehen zu haben? 20 Monate, juhu, ich schaue so viele Let's Plays von dir. Sie helfen mir weiter, Daumen hoch, Spiele aktuell. Super Mario 3D World und bin nun endlich in der Star-Rot angekommen, Gameplay Gamepad. Das haben wir heute auch vor. Joule, danke für den 20. Monat Support, Unterstützung, Treue, vielen, vielen lieben Dank. Du bleibst ein Pikmin unter der Bombenbande, guten Abend. Und Tony, Hallöchen. Dankeschön für 100 Bits. L.P. Marco Scheer 100, hoi. Hoi. Er hat die Kamera gerichtet, Timmy ist schuld. Ja, ja. Wir wissen warum, ne? Die aus dem letzten Stream wissen warum. So, hey, Axis, Whitey Westside, Donner, Daumen, Domi, Vieh, Brumpi und seine neuen Leute. Vielen Dank für den Raidenabendtag, hallo. Dankeschön, Brumpi. Ich hoffe, euch geht's gut. Lego, O-Studio, Cyberblader, HD, Fox, LP, Music School, Faux und Music School. Verdammt, den hatte ich schon. Verdammt. Axis hat sich mal Spaß gegönnt. Das alte Let's Play so 3D World angeschaut. Es fehlt noch Part 29 mit der Schlosswelt, welche du dir für das Jahr 2014 versprochen hast. Da hab ich ja, hab ich ja dann mit dem Let's Play Again 2017 dann tatsächlich nachgeholt. Axis. Also ich hab das ganze Spiel da nochmal neu gemacht. Dementsprechend wird's, wie soll's denn nochmal zum 2014er Let's Play oder 13er Let's Play nochmal, ne? Er geht ja nicht. Ninten Crow, Engel mit S, SVMG, Officer Tom, Julian und Timmy, Goku, Tagaru, Tobidas, Lookslike Nick, Time Mansion, Fabian, Hunter, Stilles Herz, Alucat, Darking, Vincent, Schwarzkopf, Domi-Vieh. MC Paul, Marcel und Melvin, Müderkrieger, Crossito TV, Rolf der Braumeister, ich grüße euch alle, ebenso wie Pachidon, The Chaos. Ich dachte immer, dass die Zimmertür direkt hinter dir ist, aber es ist die Schranktür. Ja, das ist in der Tat der Schrank. Das Witzige ist, da wo die Spiele stehen, das ist eigentlich auch ein Schrank. So ist in der ganzen Wohnung eingebaut, dass das so eine Doppeltür war und eigentlich ist das ja auch als quasi Schlafzimmer, Schrägstrich Kinderzimmer konzipiert. Aber ich hab diese kompletten, ähm, die kompletten Türen rausgenommen, rausgeschraubt und die stehen in der Kammer. Weil ich diese Regale reinbauen wollte, um da meine Spiele stehen zu haben, weil ich brauch hier ja nicht nochmal Klamotten, weil die hab ich ja schon im Schlafzimmer im Schrank, ne? Perlentaucher, 29.9. Monat. Das wird bestimmt eine Gaudi, wenn du den 29. Monat reichst. Dankeschön für den Re-Sub! Hype! Hallo, Steffesor! Office of Tom findet 3D, Land hat auch viel Erinnerungswerk, das Spiel hat nach langer Zeit den Tanuki wieder eingeführt. Das ist zwar... Das war ein verloren geglaubtes Stück Element. Steffesor bleibt ein Pikmin unter einer Bombenbande. Dank unserem Whitey-Westzeit, Steffesor ist 8. Monat. Dankeschön, Whitey! Enkriala, hallo! Ben should zuhause bleiben, LP genießt. Ja, warum nicht? Toni, danke für 100 Bittys! Danke! LP Marco Scheer 100 noch mehr Bits. Hat 3 Lernd nicht sogar Boom Boom zurückgebracht? Ja, ja. Es kann natürlich sein, dass sowohl der Tanuki als auch Boom Boom irgendwo kleine Auftritte hatten. Ich meine, ja, ob man jetzt Super Mario Advance 4 zählen lassen soll, ne? Aber ich sag mal so, in Main-Titel, ne? Als... Großes Element. Ja, so Sachen, ne? Es wurde vieles nach der Zeit mal wieder zurückgeholt. Hallo, No Name! Gibt es schon Pläne für das 3-Jahre-Icon? Ei, 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 Pläne hatten wir schon im Stream beredet. Und Ulkor, dankeschön, Reser-Hype, 35. Monat. Ja, da muss ich mal... Ja, da muss ich mich mal entscheiden, ja. Da muss ich mich entscheiden. Pikmin-Bombe. Aber die Pikmin-Bombe sieht so unspektakulär aus, ne? Ich überleg's mir. Es war doch immer schwierig, auf so wenig Pixel zusammen zu klabustern. Aber wenn ich so die 35 sehe, dann muss ich, ja... Es muss einfach mal belohnt werden, wenn's so weit ist. Dankeschön. Morph-Ball-Bombe, warum nicht? Aber ne Regenbogen-Bombe sieht doch so speziell aus. Die kann noch nicht abgelöst werden von was... Normalem. Charles Martini. Hallo. Euch allen guten Abend. Heute wollen wir das Spiel durchhauen. Werden wir das Spiel durchhauen. Ich hoffe, die Position passt alles so. Ich finde es mal gerade nicht. Könnt ihr einfach mal diesen machen? Ob das was gebracht hat? Das Gegenteil gebracht, ne? Bin auch mal wieder da, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen jedenfalls. Ich bin glücklich. Ich hab einen Ausbildungsplatz bekommen. Und die am selben Tag hab ich über 300 Euro ausgegeben. Never touch a running system. Vielen, vielen lieben Dank. Spirell für den Euro und Glückwunsch zur Ausbildung. Spirell, für was hast du das Geld ausgegeben? Das war die spannende Frage. Dürfen wir daran teilhaben? Und uns auch diesbezüglich mit dir freuen? Und vielen, vielen lieben Dank, Perlentaucher, für 498 Bits. Das ist schon was. Das ist eine Menge. Also danke dir, Perlentaucher. Ich hab keinen TikTok. Was soll ich denn darauf machen? Wurde mir mal von jemandem nahegelegt. Der ist wirklich gut, meinte er. Markus, mach dir TikTok. Hallo und grüß Gott an alle. Ei, wenn ich ihn sehe, sagt Bescheid, Louis. 24. Monat, vielen lieben Dank. Da kommt die Regenbogenbombe für zwei Jahre Treue. 24 Abos, danke dir, Louis. Grüße ebenfalls Gott. Für eine Kamera, ein Bildschirm und Kopfhörer. Ja, das klingt doch nach Sachen, mit denen man was anfangen kann, Spirell. Deswegen klingt nach guten Investitionen. Also ein bisschen... Hab 100, vergiss TikTok, TikTikker ist der wahre Scheiß. So ein bisschen besser. Das ist so lassen eigentlich, oder? Guten Abend von einem eher stillen Zuschauer. Viel Spaß beim Stream allen miteinander. Dann, Pikachu X2, dankeschön vielmals für den Euro. Da freue ich mich und hoffentlich weiterhin viel Spaß bei all unseren Höhen und Tiefen. Deswegen, ja, danke, danke, danke fürs dabei bleiben und den Support. Ein Criala, danke für 100 Bits. Tick-Tack? Ja, Tick-Tack kenne ich schon länger und habe ich früher auch gerne gegessen. Kann man kaum von Essen reden, oder? Schmeißt man sich in Rachen und wechseln sie. Videos über deine Katzen zum Beispiel. Kontext. Whitey mit dem Giftsab für Spirell. Ja, da spart er Geld, er hat er Geld ausgegeben. Das übernimmt Whitey im 28. Monat für Spirell. Du bleibst ein Pikmin und in der Bombenbande. 20 Monate wie im Flug vergangen, lach in der Smiley. Dein aktuelles Pokémon-Let's Play ist klasse und auch sehr amüsant. Lach in der Smiley, Daumen hoch, Gamepad, Joystick-Gamepad. Bin jetzt auch auf der Star-Route. Lach in der Smiley mit kaltem Schweiß. Mit kaltem Schweiß. Mit kaltem Schweiß vor allen Dingen. Ich sehe den Emote und er sieht ganz normal aus. So ein kleiner Akzent, dieser winzige Pixeltropfen. Mit kaltem Schweiß. Gamepad, 20. Monat, bleibst ein Pikmin. Dankeschön für den Support, die Treue, die Unterstützung. Und danke fürs Lob, fürs Pokémon-Let's Play. Es stehen Parts bevor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt die Tage aufgenommen. Und ja, wenn man ein, zwei Parts, da würde es auch geben, mit nur irgendwelchen Trainern, die man wegwatzt. Ich sage mal so, ich hoffe, die Leute bleiben auch dran, wenn es mal Standard-Kram wird. Aber ich habe mir wenigstens Themen rausgesucht gehabt. Ich muss noch twittern. Knut Klotzer liebt das Miitopia-Let's Play. Ja, und würde es auch neu geben. Das habe ich verschwitzt. Auf Twitter nochmal Bescheid sagen. Baza, willkommen zurück. Schönen Abend. Darklink94, grüß dich. Ab zum... Torge will 3D World. Das kriegst du jetzt. Das kriegst du jetzt. So. Das Finale mit Champions Road. Heißt doch so, oder? Bei Super Mario 3D World. Jetzt live auf Twitch. Muss reichen. Zwischenzeitlich schaut SVMG Miitopia auch nach. Jetzt müsst ihr es nicht mehr nachgucken, weil ich bring's ja neu mit Switch-Grafik und... Nicht mehr so übersteuert. Wie weit bin ich gekommen? Das siehst du gleich. Warum kam heute kein Banished? Ja, warum, ne? Also insgesamt sind es ja zwölf Parts. Man kann also die Richtung erkennen, in die das Ganze läuft. Und, äh, ja. Warum kam kein Banished? Weil ich dachte, ne, Wochenende gönn den Leuten was Vernünftiges. Banished ist ja eh demnächst vorbei. Jorke will, dass ich fertig werde. Ich bin da recht optimistisch, muss ich sagen. Ich, ich... Unterschätze die Lage nicht, aber... Unterschätzt mich auch nicht. Und die Kansong hab ich noch nicht gegrüßt, glaub ich. Hallo. Spirell, nochmal danke für den Euro. Danke, danke. Die Cam ist jedoch nicht wirklich, um mich zu zeigen. Manchmal schon, aber wenn, dann über Discord tun. D für MS-Teams. Hab damit was ganz anderes vor. Aber genaueres will ich nicht sagen. Also wenn du sagst, ne Kamera, dann stell ich mir einfach vor, du hast ne Kamera, mit der du schöne Fotos machen kannst. Und wenn du sagst, du hast Geld investiert in ne Cam, dann denk ich, dass es ist, dass man sich zeigt. Aber da du gesagt, Kamera, Kamera gesagt hast, dachte ich mir eigentlich, hab ich jetzt gar nicht assoziiert, damit, dass du dich zeigen willst. Jo, nochmal danke für den Euro. Gude, Darmstadt 98, 4 zu 1. Ryan, hallo. Wenn du das neu gemacht, spiel dich jetzt selber und schau dein Let's Play nicht an. War beim alten Let's Play auch so. Verdammt. Aber, aber wenn du es doch schon kennst, dann kannst du ja trotzdem ins Let's Play gucken. Ah, Albay, Salbay, willkommen zurück, hallo. Paul Elvis, grüß dich. So, ich würde sagen, wir starten rein. Donkey Kong 88, den Abendtag, hallo. Irgendwann stimmt mit der Position nicht. Eigentlich sitze ich weiter hinten. Aber wenn ich weiter hinten bin, ist das so. So, ich muss ein bisschen. So. Wenn man die Switch-Spiele leider Gottes nur halb abgeschnitten sieht. So ist die richtige Höhe. Ja. So, und wie geht's euch so? Wie habt ihr das Wochenende verbracht? Oh, Moment. Ich musste mit irgendeinem Charakter anfangen. Ich musste mit irgendeinem Charakter anfangen. Wisst ihr das noch? Was, Toddi? Guck mal, ich kann mich dran erinnern. Dacht sich nur, welche Welt die nächste ist. Also, wir sind stehen geblieben das letzte Mal bei Weltblume. Ja, ja, ja. Und haben da schon gut was zu 100% gemacht. Also, hier ist der Übergang von Weltpilz auf Weltblume. Und die machen wir fertig. Und dann die Champions Road, Weltkrone. Das wird heute. Das wird heute. Toddi, ne? Und das Level war dieses, wo ich Toddi brauche. Ich gehe mal einfach von außen. Ausgeruht. Blume 5. Dankeschön, Leute. Stempel am Ende. Na denn. Passt die Lautstärke? Ich hoffe. Denn ich habe es im Vorfeld eingestellt. Zap, zap. Eine Sonic-Woche hat sich Dominique überlegt. Das klingt vernünftig. Ich müsste auch mal wieder mehr Sonic machen. Ich habe es eigentlich versprochen für dieses Jahr. Und es sieht noch mau aus. Weil Sachen dazwischen kamen. Wie ist das? So, ich habe... Aufmerksam wie ein Stück Brot, ne? Egal für... Egal für was der Schalter ist, aber... Mein Rahmen, den ich damals zum Metopia für dich gemacht habe, der war so scheiße, dass ich im Nachhinein richtig peinlich. Der Rahmen... Kannst du den mal verlinken? Das würde mich interessieren. Ne, da müsst ihr euch keine Vorwürfe machen. Auch sowas wie, ich sage mal, bei Pokémon Schwarz gab es einige Fan-Artworks, die ich so eingeblendet habe, auch mal am Thumbnail, also da gab es... Guck mal, das ist Luigi. Welch, die waren super, mega professionell gemacht, wo ich natürlich Bauplätze gestaunt habe. Und es gab Welch, die waren einfach nur gemalt, ne? Einfach nur gemalt. Timmy, sucht mal. Was geht hier eigentlich ab? Ich fürchte, ich will jeden Hasen einmal fangen. Auch das ist ein gutes Level zum Reinkommen in so einem fortgeschrittenen Stand des Spiels. Gotta go fast. Wir sind in der Switch-Version. Wir sind schneller als hier zuvor. Doch, das reicht nicht. Ich schneide den Weg ab. Hm. Du, Sack. Jetzt schon schneller als Sonic. Zack. Freunde, ihr wisst Bescheid, nächsten Mittwoch der erste Stream von der Playstation. Playstation 5. Outfit New and Tasty. Die Resident Evil 8 Demo wird es auf YouTube geben. Wollt ihr machen, wir jetzt halt. Müssen wir noch Playstation Plus kaufen. Und das geht hier sonst noch ab. Ich hoffe, nichts weiter. Wie immer, sollte ich an was vorbeilaufen, könnt ihr schreien. Ihr müsst mir nicht die Lösung geben. Erst wenn ich da verlange. Aber zu wissen, wenn ich was übersehen habe, wäre sehr cool. Ab normal viel Zeit. Hast du jetzt die PS5? Die habe ich. Die habe ich im letzten Stream auch gezeigt. Und mein ganzes Setup ist mir runtergefallen. Das mache ich nicht nochmal. Aber ja. Dank eines Zuschauers, der auch gerade da ist. ZwinkerSmiley. Was ist denn das? Ich weiß nicht, welches Ding wohin geht. Ich gucke erstmal hier nach. Ja, okay. Den zweiten Stern habe ich vergessen, sagt er. Meinst du? Lasse willkommen zurück. Timmy ist... Hashtag Timmy. Fällt dir in den Pick und Don in diesem Level etwas auf? Die laufen. In diesem Level laufen die. Sonst noch was? Wir sind ja vorher nicht gelaufen. Zock my life special. Ja, das war... Dankeschön. Knu-Klotzer und Ulti-Klotzer. Musst deinen Namen noch ändern auf LPM-Klotzer. Alter, was? Also als drittes dazu, meine ich. Okay, cool. Stempel gibt sie ja gar nicht, ne? Da erinnere ich mich. Du wusstest nur, wo der Stern war. Er hat gefragt, ob ich die PlayStation 5 hasse. Okay. Nee. Nee. Ich meine, meine PlayStation 5 und ich, wir müssen noch eine Bindung aufbauen. Das ist ja ganz klar, ne? Das ist alles noch sehr frisch. Und so, wie das halt so ist. Ja, wenn man so eine Beziehung beginnt, da ist das alles noch sehr euphorisch. Aber man kennt sich noch nicht so gut, ne? Da ist man immer noch vorsichtig. Und, ähm, ja. Ob sich das vertieft, zu inniger Liebe, wird die Zeit weise. Aber es steht dem nicht zum Wege. Deswegen, ich hasse meine PlayStation 5. Und Hu Ingefas ist ein Jahr dabei. Goldene Bombe für zwölf Monate Treue. Danke für deinen Support. Hu Ingefas 1. Dankeschön. Guten Abend. Handy wollte noch anmerken, dass man für das Finale 170 Sterne braucht. Also einfach durchrennen ist bei Mario 3D World nicht so ganz. Ja, aber dann legt man sich ja am besten die 170 leichtesten Grünsterne raus, oder? Das wird doch bestimmt einen guten Plan. Was die Grünsterne sind, die man am ehesten und am schnellsten wegwatzen kann, oder? Zum Beispiel so einen hier. Der ist ja schnell geholt. Wenn man weiß, wo er steckt. Übrigens, jetzt wo ich die PS5 habe, da bin ich jetzt schon ein bisschen gehässig. Also ich meine, ich freue mich, wenn die PS5, wenn ihr die auch bekommen könnt und so. Aber, solange die sonst niemand hat, fühle ich mich natürlich auch ein bisschen exklusiv und VIP. Nicht, dass es da auch Spiele gäbe, aber... Wie das halt so ist. Okay, unten ist ein exklusiver Weg. Ich war mir nicht sicher. Denise, vierter Monat. Du bleibst ein Pikmin unter der Bombenbande. Dankeschön für den Support. Hat er mich getreut, ne? Wie viele Grünsterne gibt es? 240? 380. Das ist ja dann... Weniger als die Hälfte wird verlangt das, ne? Ja, übelst nicer Effekt hier, ne? Übelst nicer Effekt in diesem Level. Tolle Farben. Ihr werdet fragen, welche Farben? Habt ihr recht. Komplett farblos. Weil schwarz und weiß sind ja auch keine Farben, wie wir wissen. Schwarz und weiß sind... Helligkeitsgrade? Streng genommen sind es keine Farben. Was zur Hölle passiert hier? Oh, der letzte war real. Hua! Torge, danke für 2 Euro. Ich hab mich schnell mit meiner Xbox Series S angefreundet. Series S. Ich hab schon halb. Ja, das ist doch... Was zockst du? Jetzt mal so gefragt, Torge. Was wird denn gezockt auf deiner Next-Gen-Kiste? Was gibt's da? Jetzt muss ich mal ganz... Aber Xbox One-Spiele kann man einfach reinhauen und passt, ne? Wisst ihr, was ich auf einer Xbox Series spielen wollen würde? Ist ja ganz klar, Rare Replay. Ist ja ganz klar. Sonst nix. Sag mal, hier war ich ja eben auch nicht. What? Tschönen Bye! Vielen, vielen, vielen Dank! Sagt mir leider gar nichts. Erstmal, vielen Dank für 20 Tacken schreiende Yoshis Hyper-Modes in den Chat. Aber der Chat, der wird ein bisschen ausgelastet. Der haut jetzt auch noch Happy Birthday mit Ö dazu. Tschönen Bye! Ich freu mich, dass du wieder reinschaust. Dass du noch lebst. Und alt geworden bist. Dankeschön. Und Happy Birthday von mir. Tschönen Bye. Es ist manchmal ein bisschen weird, ne? Wenn die Leute Geburtstag haben und sie sind diejenigen, die an mich donaten. Andersrum wird es halt auch schwierig. Vielen lieben Dank und... Grüße gehen raus. Ne, das Spiel? Ich habe es jetzt zwar nicht genau gelesen, aber es kommt mir leider doch sehr unbekannt vor, muss ich in Lust zu meiner Schande gestehen. Glaub nicht, dass ich davon schon mal gehört habe. Worum geht es denn da? Ja, dieser Buhu ist ja... I don't know. Sonic-Syndrom! Du hast irgendwie auffällig wenig Leben. Dafür, dass du schon so weit im Spiel bist. Jaja. Du siehst ja, wie es passiert, ne? Man sieht ja, warum. Ich hole jetzt übrigens dich. Ich will nur sicher gehen. Okay, ich muss den Weg finden. Dessen war ich mir... Wenn ich holen muss, bin ich sicher. Happy Birthday mit... Ja, Iga! Jetzt habe ich nicht Brothers dazu gehört. Das ist schon... Das ist halt interessant, ne? Das ist halt, wenn man einfach einen guten Tag hat, ne? Voll sneaky! Und jetzt, ne? Jetzt, Alter? Er checkt nicht, wie es geht. Ne, gerade... Was denn? MC Paul, was ist los? Dekumus! Dekumus! Danke für den Raid! Zwei Leute, dankeschön! Nabend! Sorge! All die Games, wo ich keinen Bock auf die Switch-Port habe. Und Game Pass Games. Man kennt's. Ne Donation und der Streamer stirbt. Das ist es wert. Crash 4 Banjo-Kazooie. Domi wie Schundler. Und dann Blast Corps. Ein bisschen Farbe kann ich noch erkennen, schreibt Officer Tom. Fake News! Valdi! Hey! Abend! Der Zeichenstil ist an die 90er Jahre. Zeichentricks hier ja dann geliehen. Es geht um den Krokodern-Detektiv ist. Kenn ich wirklich nicht, tatsächlich. An sich nennt man die schnellste Route plus alle Captain Toad-Level. Ja, Rätselhäuser Captain Toad. Ja, ja. Da wird's schon eine optimale Route geben, ne? Achso, Special-Welten. Ich will lernen, Iga. Ich will lernen. Timmy sendet das auf Twitter. Willst du es nicht verbreitet haben? Willst du nicht, dass die Leute gucken? Deine Werke? Na, mach das. Ballerei in der Röhrenlagune. Die Server sind in letzter Zeit überfordert. Die Server von was? Nintendo? Oder Twitch? Ich hab von Twitch-Problemen mitbekommen. Auch heute hab ich einen abgestürzten Scream bemerken können. Auffällig. Brand im Datenlager Frankreich? Das hat ihr manchmal erzählt, ne? Da schüttelt's mich. Er will keine weiteren Fakten über sich. Lorenzo, guten Abend. Du kannst ja auch die Story von den anderen Knights spielen in Shovel Knight. Das kündig. Shovel Knight, super Spiel. Als ich es im Nachhinein nochmal angeschaut hatte, fand ich es dann noch schöner, als ich es beim Spielen fand. Alles verständlich. Beim Spielen bin ich immer ein bisschen so richtig in-game, aber wenn ich so ein bisschen mit Abstand und ohne Stress betrachte, ist es wirklich schön, das Spielen. Nichtsdestotrotz bin ich für den Moment jedoch Shovel Knight gesättigt. Weil das war auch nicht ganz unanstrengend. Virtual of the Night, neuer Spielschirm. Knapp vier Stunden. Story-technisch zur Hälfte durch. Bloodstained? Ja, ist so ein Spiel, wo ich mir denke, ne, da würden so wenig Leute zugucken, ne. Aber Bock ist da. Bock ist da. Sind denn hier die verdammten... Hier geht was ab. Geht hier was ab. Sind denn hier die Sternis? Mario Maker 2 Strand-Setting. Könnte man, ne. Also, das war bestimmt schon eine engeren Auswahl. Aber, sind wir ehrlich, Wüste, Wüste war dringender. Schnee war dringender. Aber danach würde vermutlich alsbald, ähm, Strand kommen und Gebirge. Ähm, Mutti wird nicht begeistert. Ja! Ja, danke 100, äh, für 100 Bits. Alu Katarkin. Habe ich gesehen, Freunde? Landtagswahlen, Rheinland-Pfalz, sind die Grünen voll am Start. Und in, äh, Rheinland-Pfalz... Ne, hä? Ich krieg's auf die Kette. Sag's nicht. War Rheinland-Pfalz? Ne, die Pfalz war, glaub ich, SPD am Start. Und Baden-Württemberg waren die Grünen, ne? So rum war's. Okay, guck ich mal, der Timmy, ne? Timmy darf ich nicht zeigen, oder was? Wie schade. Willst du nicht, dass die Leute drüber gucken? Ist nur für mich. Fudel, willkommen zurück. Äh, Schlummer-Codes. Ist nicht vorbei, ne? Schmeiß in Chat. Ach, Mensch, ich hatte keine Antwort von Tageru wegen dem Ding erhalten. Äh, was, was, was? Ich weiß schon gar nicht mehr 100%. Ich dachte, was ich im Part eingebaut hab. Leute, ihr hört jetzt mal mit Topia Let's Play. Und wer gut ist... Heute will ich mich erstmal ganz aufrichtig bei euch bedanken. Nachdem ich dazu aufgerufen hatte, dass ihr mir eure Zeichnungen oder Artworks schicken könnt, damit ich sie eventuell für den Rahmen... Oh shit, oh shit. Jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich warum. Ich hab die, die ich nicht als würdig geachtet habe, den ganzen Part lang zu nehmen, wollte ich abfrühstücken. Wenn da Timmy dabei ist... Oh, 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 oh. Machen gleich weiter. Ja, ist Tageru da wegen dem Code? Ich hab mir nochmal nachgefallen. Hallo, Gold. Ja, okay, okay, okay. Aber da waren halt Sachen dabei, die haben vom Format überhaupt nicht gepasst. So, Tageru, was ich sagen wollte. Der Schlummer-Part... Zeichen. Hab ich, hab ich. Ich hab den Code, den du geschrieben hast. Ich hab nur gesagt, es ist ja immer DA Strich und dann sind immer nur Zahlen. Acht oder zwölf Zahlen. Und das Ding ist, ähm... Du hast ja noch ein D drin. Da hab ich mich gefragt, ist es richtig? Weil bisher hab ich keine Codes gesehen, die einfach noch einen Buchstaben nach DA haben. Deswegen wollte ich einfach nur nachfragen, ob da... Ist das richtig so? Ist das richtig? So. So. Gucken wir mal. Timmis Werk an. Ich guck's alleine an. Das. Bei 1,22. Ja, geht schlimmer, ne? Wir haben ja Schlimmeres gesehen. Man sieht, äh, unscharf ausgeschnitten, ne? Aber an für sich, wie hast du denn die Charaktere hinbekommen an für sich? Aus dem Let's Play ausgeschnitten oder muss? Wobei man Trump und Putin natürlich nicht im Original-Me-Outfit hat. Nein, nein, wir haben ja auch noch. Nein, wir haben ja auch noch. Ja, nee, ja. Also sind wir ehrlich, ich hab's als nicht würdig genug empfunden, dass es den ganzen Part lang eingeblendet wird. Aber ich mach schnell weiter, weil die meisten Leute wissen grad gar nicht. Hä, warte, 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 warte. Bist du eigentlich ein Fan von Kirby Games? Ich hab jedes Kirby-Spiel gespielt. Für ein paar Minuten. Rising Car rettet mich, das freut mich. Nein, ich hab jedes Kirby-Game gezockt. Ähm, aber ich find's meistens ein bisschen zu langsam. Ich spiel's ganz gerne. Mehr aber auch nicht. Also. Findest du das eine oder andere Let's Play auf meinem Kanal. So. Ähm, was wollte ich noch sagen? Viel dem Dank, Rising Car, für 22 Monate. Bleibst ein Pikmin. Danke für den Support. Einen Abend. Tag. Hallo. Der Lohn gekürzt wegen Privatgespräche. DragonQuest. Das sind schöne JRPGs. Oder? Ich mag den Dragon Ball, äh, Zeichenstil. Von Toriyama. Aber. Ansonsten hab ich mit Dragon Quest noch nie. Ich fand das. Dragon Quest Monsters für ein Game Boy voll interessant. Aber hab's auch noch nie zocken können. Und wär's vermutlich jetzt auch nie. Jedes Video, in dem Markus gesagt, äh, in dem gesagt wird, dass Markus jedes Kirby spielt. Jedes, das geht, ne? Jedes Kirby-Spiel, das geht. Gold, wie ist deine Meinung zu Sinnoh-Remakes? Mit nichts, was ich häufiger erwähne und sage und erzähle. Was denn jetzt? Ach, ich hab schon alle. Gar nicht mitbekommen. Ja, ich freu mich drauf. Ich werd zocken. Ich hätt mich aber mehr drauf gefreut, wenn sie im Schwert-Chill-Stil gewesen wären. Das find ich verschenktes Potenzial. Aber, naja, wir werden zocken und Spaß haben. Maurice, danke für den 29. Monat. Du bleibst ein Pikmin unter der Bombenbande. Aha! Also, danke, Maurice. Takeru hat sich verschrieben. Statt dem D ist es eine Null. Siehste? War doch, war doch... Es war doch, ähm... Siehste? Ha! Hätt ich einen Part aufgenommen, hätte nicht funktioniert. Hätt ich gesagt, so... Ha! Dann halt nicht! Jetzt haben wir's geklärt. Haha! Kann ich mir, glaub ich, merken. Wir findest du Paper Mario Origami King? Ziemlich cool. Mein Let's Play dazu sehr empfehlenswert. Und Fudel. Fudel hat halt gefragt... Ob da noch ein Code möglich wäre. Aber hab ich denn noch ein Code bekommen von Fudel? Das ist die Frage. Nee. Gibt's jetzt ein Fudel-Code? Ein Schlummer-Code oder nicht so? Timmy hat die Mies runtergeladen beim Video-Mie-Maker. Und kann man so wie will davon die Mies... Achso. Musikkarte laden, dann noch ein PC, ein Paint ausgeschnitten. Ja, ja. Okay. Ja, also also wenn wir das Play ausschneiden, wäre halt auch schwierig. Ich hab halt auch zum Beispiel, ähm... Was hab ich denn gemacht? Erinnerst du dich bei Tomodachi Live? Gold! Gold! 97,84. Neues Mitglied. In der Bombenbande. Vielen lieben Dank für den Support. Möge es nicht der letzte Monat sein. Ich geb mir alle Mühe. Dankeschön, Gold, dass du dabei bist. Viel Spaß mit Emojis und Co. Ehre. Iga muss mal loben, was du für einen Bezug zu den Zuschauern hast. In dem Ausmaß erlebe ich das selten. Ich geb mir Mühe. Manchmal bin ich überfordert. Da vergess ich mal einen Geburtstag. Da vergess ich mal, dass ich Iga Brothers nicht Iga Brothers nennen soll und so weiter. Ja. Remake von Paper Mario 2, ja oder nein? Nehm ich sofort. Aber ich find's doch ein bisschen überhyped. Ich weiß auch nicht, wo der Gedanke herkommt. So Sachen bekommt auch nur Tagaro hin. Alles klar, Fudel. Du hast den ganzen Abend Zeit. Vor allem, solange du es nicht vergisst, bevor du, äh, offgehst. Oder ich. Alles gut. Wären wir sogar lieber gegen Ende des Streams, wenn du da noch da bist. Wie Let's Blade von Tomodachi Live. 3DS Capture? Beziehungsweise heute gibt's ja schon Emulatoren. Was ich sagen wollte. Timmy, erinnerst du dich an Tomodachi Live? Da waren oben diese Bilder, diese Gesichter von... Schande. Da waren oben die Gesichter von den einzelnen Mies. Und die hab ich halt auch, ich glaub, äh, äh, zumeist im View. Mie-Maker gemacht. Damit die mehr, äh, HD-Qualität sind. Haben. Sind. Haben wir. Ja, genau. Damit ich die da einsetzen konnte in den... Banner. Ich muss auf die Palmen gucken. Ich hab einfach noch mehr Zeit. Der Level irritiert mich. Bin ich denn jetzt? Ich hab gar keinen... Da sind Flaggen. Oh mein Gott, dieser Stress. Unterdruck. Vielen Dank. Alucard Darking für 100 Bits. Passiert, ja. Gut, ich hab mich geärgert, aber es kommen noch schlimmere Stellen. Also die schlimmsten Fails sind in der James-Bond-Welt. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber, 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 zu Unrecht. Ja, da werd ich den, den, den lieben Mark Kölko noch mal sagen. Guck mir, guck dir mal den Paar dann, Junge. Okay, ich werd's freundlich sagen. Kam ich her, ne? Ja, aber das freut mich. Danke für 100 Bits. So, da geht's offensichtlich weiter. Aber wo sind hier die Stars? Geht das auf? Bestimmt. Oder es ist, ja, ich würd' eher versuchen, jetzt die Fackeln anzuzünden. Die sind ja auch nicht ohne Grund da. Capturing ist klar. Ja, was gibt's da noch zu sagen zu Tombodachi Live, ne? Man kann sich die Mies per QR-Code runterziehen. Generell bei 3DS und Wii U. Oder es gibt auch QR-Codes nur für Tombodachi Live, wo die schon die passende Kleidung und so anhaben. Ja, und dann hat's Spielzocken, ne? Dann hat's Spielzocken. Alter, eine Uhr weniger und es hätte nicht gefunst, ne? Ein Creale hat's auch gesagt, die Fackeln anzünden. Ganz links ist ein Stern, dir fällt der erste. Off-Topic, was hältst du von den Filmen der 90er Jahre wie Superstau? Hä? Superstau sagt mir nichts. Was für 90er-Jahre-Filme kenn ich denn? Mission Impossible. Zurück in die Zukunft 3. Terminator 2. Ne, nenn gerne Filme, Waldi, und ich sag dir was. Aber 90er-Jahre, ich sag mal so, ne? Kindheit. Meine große Filmzeit kam es in den 2000ern oder 2010ern. Jurassic Park, gutes Beispiel. Ja, mega-Hype. Jurassic Park war in den 90ern ein ganz großes Ding. Aladdin, König der Löwen. Das ist, was ich in den 90ern geguckt hab. Aladdin und König der Löwen. Toy Story, ja, definitiv, das gab's auch. Ach, super. Aber nur für Münzen, Rofelkopter. Stresslevel. Wir lassen uns nicht stressen. Frozen aus den 90ern. Hook, nee, nee. So richtig... Ja, weiß nicht. Hab ich wenig nachgeholt. Okay, Lola rennt. Das hab ich gesehnt, glaub ich. Ja, ich erinnere mich. Das war ein interessantes Konzept. Du kennst den Film noch immer. Lola rennt. Ich glaub, ich kann weitergehen. Der Super Mario Film. Mit Mario Mario und Luigi Mario. Stasch. Ich würd die Tanuki doch um jedenfalls behalten. Hat's doch noch einen. Ja, ich muss den nutzen. Bei den schweren Leveln wollen die Leute mit mir reden. Das ist ja ganz klar. Einer der schwersten Level im Spiel. Ein bisschen komm ich mit der Systematik klar. Also, es gibt Leute, die können das weniger. Es gibt Leute, die können das noch einfacher aus dem Ärmel schicken. Sauber. Äh, was haben wir noch? Robin Williams und Dustin Hoffman. Nee. Robin Williams, ja hier. Jumanji. Ja, Jumanji. Hexen, Hexen, fünfter Element. Last Action Hero. Du erwischst mich wirklich auf den falschen Fuß. Ist mir leid. Ja, wenn ich so von meiner Kindheit rede mit König der Löwen und Aladin und dann... Und für euch ist Let's Play Marcus der Kindheitsheld. Das ist surreal. Dankeschön. Vielmals für 10 Euro Support lieber Gold. Der Name, Programm. Herz aus Gold. Nein, danke schön. Ja, Valdi, tut mir leid. Komm, nenn noch ein paar. Du schaffst es. Wir finden noch einen. Einen finden wir noch. Okay, super nervig. Uh! Beinhard, wie in Rogge. Ja, Tatsache. Dabei war das nix. Das war eigentlich... Das waren keine Kinderfilme. Aber irgendwie wurden sie so angesehen. Für viele. Hatte ich das Gefühl. Last Action Hero. Ja gut. Jetzt wurde es das Schwarzenegger. Aber ich habe nicht gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, um was es geht. gehört. Gehört, ja. Aber gesehen. Marc Boucher 100 Rutsche genau in der Mitte und du fielst nicht runter. Das ist ja eine Pussy-Taktik, oder? Genau richtig für mich. Der nie entstandene Spyro-Film. Das ist ein 3D-Mario. Ja. Natürlich ist es ein etwas anderes. Wohin gefasst natürlich etwas anderes. 3D-Mario. Aber das ist ein 3D-Mario, ne? Das kannst du nicht... Das kannst du nicht... Das ist kein Collectible... Oh Gott. Collectibles von... Wie Mario Odyssey, oder... Sunshine Galaxy. Ja, Werner haben wir alle als Kind gesehen. Ich habe, keine Ahnung, Hörspiel-Kassetten bekommen und so. Ich habe gar nicht realisiert, dass das nicht für Kinder ist, weil... Das war halt Zeichentrick. Ähm... Vor 18 Jahren wurde A Link to the Past for Swords veröffentlicht. GBA. Timmy, frag mich wegen Mies auf der Switch, weil man kann sie nicht per QR-Code auf die Switch bekommen, nicht per Internet-Download. Da frage ich mich, ob sie die QR-Codes noch funktionell machen werden per Switch-Online-App. Oh, Hilfe. Also... Also, die müssen Option bereitstellen, Timmy, weil sonst... Hä? Nee, müssen sie doch. Also, wenn ich wirklich hier... Oh mein Gott, wäre das schlimm, wenn ich die Mies... Dann würde ich die nämlich nachbauen. Dann würde ich mir ein Vorbild nehmen und versuchen, zu gucken, wie baue ich die am besten nach. Und eigentlich würde ich da gar keinen Bock drauf. Dann wird schon... Junge bekommt magische Kinokarte, fällt durch Kino-Leinwand im Film Jack Slater hinein, hilft bei Lösung des Falls. Du bist der erste Einzige, der Brothers statt Bros sagt. Und dieses Brothers hat mich immer gestört. Sag am besten einfach, wie du möchtest. Iga. Jetzt habe ich mir Iga gemerkt. Iga geht gut vor der Hand. Du weißt, dass du gemeint bist. Und, äh, ja. Ja, warum sage ich das denn? Ich sag mal so, Super Mario Brothers, ne? Haben sich Leute auch schon... Oh nein. Ich erinnere mich irgendwie an diesem Level. Haben sich Leute auch schon mal dran gestört, weil ich immer Super Mario Brothers sag. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Super Mario Bros. So sind 14, müsste es gewesen sein. Und ich habe mich massiv dran gestört, ne? Heute nervt es mich, dass ich Super Mario Bros gesagt habe. Weil damals gab es halt auch einige Kiddies, die einfach nicht wussten, was Bros heißt, ne? Die Bros. Ey, Bro. Naja, whatsoever. Und hier alle Fuzzis killen, ne? Wie ich Scrolling-Level liebe. Klassiker, Mathilda, 7, American History, X, Dennis, Mr. Daubfire. Das ist ein normaler Postpunkt. Äh. Weiter geht's, Waldi-Mart. Waldi, noch ein paar. Wir schaffen das. Aber guck mal, du bist doch in meinem Alter. Oder bist du ein, zwei Jährchen älter. Wie kommt's? Wie entsteht diese Ungleichheit? Oh ja, du bist zurückgeschickt. Ja, warum auch nicht, ne? Und schon ist er weg. Den brauch ich doch bestimmt, ne? Den müssen sich alle killen, ne? Ich nenne jetzt auch keine Filme aus den 90ern mehr. Wir sind noch ein paar eingefallen, aber... Dann nennt er die nicht mehr. Was geht hier ab? Filme der 90er. Kennst du euch keinen davon? Ich hab die nicht geguckt, auf jeden Fall. Das sind Pünktchen, keine Fuzzis. Warum? Weil ich drauf springen kann. Ich brauch die Kirsche nicht. Nein, ist ja gut. 85er-Jahrgang. Also so vier Jahre können schon was ausmachen. Na, meine, meine, meine. Können schon was ausmachen. Zocko, Raffi! 20-fachen Dank. Schreien die Joshi-Syper-Mods in den Türen. Oh nein. Guten Abend, Markus und Bombenbande. Auf einen schönen Abend. War das irgendwie so? Guten Abend. Tag, hallo. Ich muss sie nicht killen. Ich bin erleichtert. Zucker, Raffi. Schön, dass du wieder da bist. Zurück in die Zukunft ist natürlich Pflicht. Butter bei die Fische. Ja gut, es ist noch 80er. Nö, 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 nö. Unendliche Geschichte. Ja. Geguckt. Fand ich schon damals ziemlich crazy. Misery. Nein. Nein. Deswegen, ich hab mich mal als Filme-Liebhaber bezeichnet. Aber eigentlich hab ich nur meinen ganz eigenen Geschmack. Also meine ganz eigene speziellen... ...ääh... ...Spitze des Eisbergs. Ich hab trotzdem eine Menge Blu-Rays, okay. Misery. Ja, Sonic 2594. Die gab's damals natürlich nicht bei uns. Unendliche Geschichte. Ja, wie gesagt, weil die... Ja, das... ...drei Teile. Haben wir's. Schon wieder so Scherze? Ach, Leute. Warte, die hat mir was gesagt. Weint ihr wirklich, das geht? ...mein Lieblingsfilm. Ich wusste nicht, dass ich einen hätte. Einen, den ich komplett abheben kann. Als ob... ...an der Seite. Ein bisschen früher. Walking Human! Danke für das Twitch-Prime-Abo. Vielen Dank für den Support. Oh, da geht die Zeit flöten. Diesen Scrawling-Level nicht nochmal machen. Vielen Dank. Walking Human. Wirklich, danke. Müssen wir noch mal machen. Ach ja. Für mich immer. Danke, Walking Human, auf das ich dich überzeugen kann, in meinem Monat, den zweiten Monat zu tätigen. Den Resub zu rechtfertigen. Dankeschön. Hallo, Cut Dark King. Danke für 100-Bit-Serien. Hör mal, wer da hämmert. Nanny Full House. Ja. Habe ich alle so ein bisschen gesehen, aber nicht gesuchtet, sage ich mal. Dann, wann Sprung machen kann. Maurice, mach es gut. Ah, muss so früh aufstehen, der Maurice. Stamm-Attacken-Sprung machen. Jetzt zu spät. Schweigende Lämmer. Goldene Flaggen sind echt kacke. Das war Absicht. Hier gibt es keine Checkpoints mehr, ne. Film mit Spyro. So, und was hatte ich eben noch? Professor Layton und die ewige Diva bei Domi V. Das ist der Lieblingsfilm of all time. Den habe ich einmal... Nee, ich habe den zweimal gesehen. Das ist tatsächlich. Ja. Ein- oder zweimal. Ja. Kann man sich mal angucken, ne. Was mit Layton anfangen kann. Mag die Mr. Satan-Stimme. Eine unendliche Geschichte. Wie hieß er? Wie hieß er doch gleich. Wie hießen unser pelziger weißer Kumpel? Irgendwas mit F, oder? Rufus sage ich, denke ich mir die ganze Zeit. Aber totaler Humbug. Rufus. Tschüss. Fuchur. Ich sage doch was mit F. Rufus. Ey, nah dran. American Beauty. Schindlers Liste. Ah, das ist mal ohne Flachs. Das klingt ausgedacht. Aber Schindlers Liste wollte ich immer mal gucken. Weil mir jemand davon erzählt hat. Der Franz, ne. Der Franz, der mal hier im Chat war. Der hat mir schon zu Schulzeiten erzählt. Schindlers Liste. Und seitdem denke ich mir, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Jetzt sind wir hier 2021. Man in Black. Also, guck mal, Waldi. Das sind doch Filme aus den 90ern. Man in Black. Was ich auch noch denken musste war... Oh, ich glaube, das war schon im Jahr 2000. Gut, das sind nicht mehr die 90er. Scary Movie. Scary Movie fanden wir super witzig, als es rauskam. Natürlich ist es albern. Aber damals konnten wir drüber lachen. Man in Black, ja. Man in Black ist natürlich nur, ne. Ein Film, weil... Ja, es gibt ja auch, ne. Wenn du Aliens gesehen hast, kommen ja die Man in Black zu. Der ist ja Fakt. Und damit die Leute nicht allzu sehr sich darüber schlau machen, wird es ins Lächerliche gezogen. Von der Regierung. Damit man bei den Man in Black immer an Will Smith denken muss. Will Smith. Und, ja. Ist so, ist so. Gibt auch auf YouTube die echten Man in Black. Das sind die Aliens in Anzüge. Ich sag so. Schindler's Liste, ja. Ja, 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 ja. Warum, Nikansonik? Hori mag albernen Humor. Ja. Es gab Leute, die sich beschwert haben, dass das Scary Movie 5 so lächerlich und blöd und albern gewesen ist. Scary Movie 5 war ziemlich genauso albern wie 1 bis 4. Wobei Scary Movie 1 war tatsächlich noch ein bisschen für noch breiteres Publikum. Scary Movie 2 ist schon ein bisschen abgefallen. Aber ich mag auch Scary Movie 3 und 4. Mochte. Mochte. Kenne ich, wenn man so will, in- und auswendig. In der Schule gesehen. Oh, wisst ihr, was ich in der Schule gesehen hab für einen Film? Und das fand ich als Kind total... Kind. Ich war eigentlich schon jugendlich. Ähm, total uninteressant. Aber als ich nur noch drüber nachgedacht hab, dachte ich mir, den würde ich heutzutage gerne nochmal sehen. Und zwar... Das... Oh, fuck. Ich hab das Knie, ey. Das Leben der Anderen. Das Leben der Anderen. Ich konnte damals mit der Thematik nichts anfangen. Spaceballs, ja. Star Wars. Parodie. Das gibt's doch nicht. Das geht auch nicht. Ist das ätzend, Mann. Ice Age. Alle gesehen. Ice Age. Klasse. Ich hol mir jetzt die Katze für die verdammte Fahne. Shrek. Ich glaub, Shrek war 2001 oder so. Shrek und Ice Age. Ähm... Ja, da seh ich mich mehr, ne? Shrek und Ice Age haben aber beide gemeint, dass die ein bisschen zu sehr ausgereizt wurden mit der Zeit. Ich mich aber Ice Age noch verbundener fühle. Deswegen spielt Torgo mit Luigi. Ich mach's jetzt so. Der verrückte Professor, yo! Eddie Murphy, Digga! Eddie Murphy. Was hat denn Eddie Murphy noch alles gemacht? Gab eine Zeit, als Kind, da hab ich Eddie Murphy und Will Smith über einen Kamm geschämt. Also, ich kann heute nicht reden. Über einen Kamm geschämt. Hä? Auf jeden Fall. Irgendwann hab ich mir da gemerkt, okay, der eine ist der etwas coolere und der andere der etwas witzigere. Eddie Murphy. Dr. 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 Doolittle! Dr. Doolittle! Oh, mein Gott! Eigentlich... Eigentlich schwachbrünstiger Film, aber... Ähm... Ich hab'n gemocht. Alter, sprechende Tiere, Digga. Shrek war auch wie Monster AG 2001. Monster AG hab' ich nicht geguckt. Ha! Hab' ich's euch gegeben. Prinz von Zamunda gibt's den Nachfolger jetzt. Lies bitte Timmys Nachricht. Niemals! Über einen Kamm geschert. So. Was hat Timmy geschrieben? Es gibt ne Lösung. Wie du Mies von 3Ds auf V.U. auf die Switch bekommst. Und auf den beiden kannst du sie ja per QR-Codes runterladen. Ja. Man bekommt die per Amiibo rüber. Aber so, bei mehreren Mies ein kleines bisschen. Wie das? L.T. Marco Scheer, ein Hundert der Prinz von Zamnerdings oder wie es heißt, wo er drei bis vier Jakarta spielt. Danke für 100 Bits, Alucard Darking. Ja, die Grundthematik ist mir vertraut. Ey, wir haben's ja fast. Wir sind voll gut heute. Die Level sind noch nicht so lang, hab' ich's Gefühl. So, jetzt haben wir heute Katzen. Ähm. Was wollte ich sagen? Okay, aber mit wie genau Timmy funktioniert das mit Amiibo? Das ist auf jeden Fall schon mal ne Option. Das freut mich. Wobei, ich glaube, dass sie es einbauen werden. Just LP, den Abend. Hast du die Neuauflage gesehen? Von was? Wohin gefasst? Die Neuauflage von was? Bitte schreib's mit in die Nachricht. Ich glaub, dass Monster AG gut ist, aber ich hab's tatsächlich nicht geguckt. Hier, ähm, das große Krabbeln. A Bug's Life. Das fand ich super animiert. Das fand ich super. Ne Donkey Kong 88 sagt's auch, ja. Das fand ich, äh, fand ich echt cool. Wirklich. Saftige Farben. Für die damalige Zeit wirklich faszinierend. Ich muss noch ein bisschen lesen hier. Hast du den Sonic-Film gesehen? Natürlich, Elefant. Gibt's denn eigentlich schon auf Blu-Ray? Ich krieg gar nix mit Blu-Ray-Technik mit. Man kommt ja nicht in Saturn und Mediamarkt. Oder haben die jetzt auf? Nee, nur Baumärkte, ne? Nach der neuen Gamer bis zum nächsten Mal. Dr. Doolittle Neuauflage. Also, ich hab mal, ähm... 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 Es gab ja Dr. Doolittle 2. Das war auch mit Eddie Murphy. Aber ich glaub, schon im dritten Teil war nicht mehr mit Eddie Murphy, sondern seine Tochter. Also, Dr. Doolittles Tochter. Und ich glaub, die haben, äh, den vierten, fünften Teil. Also, ich hab ne Box, wo draufsteht Dr. Doolittle 1 bis 5. Und, äh, falls du das mit Neuauflage meinst, ich weiß nicht, ob es inzwischen sogar noch was Neues gab. Ah, fand ich Dr. Doolittle 3 und 4 schlecht. Muss ich sagen. Und den fünften hab ich gar nicht angeguckt. Aber von Teil zu Teil ging die Qualität so runter. Allein wie das, dass das Meerschweinchen animiert war. Oder der Hund. Ich glaub, das sah in jedem Teil ein bisschen anders aus. Ah, das fand ich schade, dass man nicht mal, äh, zugesehen hat, dass die ein bisschen so aussehen wie in den Vorgängerfilmen. Und, äh, ja. Da muss man natürlich melken, ne? Da muss man melken. Wie guckst du Serien, Markus? Wie gucke ich Serien? Ja. Netflix ist ne gute Sache, würde ich sagen. Stuart Lidl! Hab ich gesehen. Ich hab nen Spruch von Stuart Lidl. Ich weiß nicht, ob es Teil 1 oder 2 war. Die fand die Stelle so cool mit den zwei Katzen. Und er sieht im Hintergrund Stuart Lidl rumlaufen. Und dann schreit er nur so, ah! Und dann fragt er der andere, was los? Bist du auf ne Reißzwecke getreten oder sowas? Und den Spruch fand ich halt irgendwie schon recht witzig. Oh, yo, der bekommt das, ne? Ist ja ganz klar. Bist du auf ne Reißzwecke getreten oder so? Ah! Aladdin 2 for the win. Tatsächlich, Waldi. Fand ich auch sehr gut. Hab ich, äh... Gab's nur auf Video. Jaffars Rückkehr. Da hat der Iago, der Papagei, ne andere Stimme. Aber ich fand das irgendwie ein bisschen... Ich fand's besser gezeichnet, obwohl... Einfach, weil's bunter war, ne? Und eigentlich kritisieren das viele an... Aladdin 2. Aber es ist warum wusste nicht mal, dass es so viele Dr. Doodle-Teile gibt. Ja, ist... So geht's mir mit Hörspielen. In den frühen Folgen wurden Hunde noch durch Hundegeräusche gekennzeichnet. Heutzutage imitieren Menschen die Geräusche. Könige Löwen ist 1994, ja klar. Ja, und auch Könige Löwen 2. Waldi, find ich furchtbar. Äh, Wittli, wirst du, ähm... Aktiver werden? Fragt Iron Dark Cat. Äh, nee. Natürlich witzig. Aber Priorität... Hat das leider, leider, leider nicht. Auch wenn es ultimativ cool ist. Ich weiß nicht, ob ich da als Partner zugelassen werden kann. Falls ja, würde das natürlich... Noch helfen. Wer kennt noch den Film, warme Apfelkuchen, geht eine, ist von 1999 immer ein, ein KLA. Ja. Zicker für Teenager, wenn es umgeht, Augen zwingen kann. Es geht, äh, hier, warme Apfelkuchen 1, ne, ist ja ganz klar. Ich sprech's für die Leute aus. Gemeintes American Pie. War natürlich super witzig und für uns als, äh, früh, frühpuppertäre auch, äh, sag ich mal, ein Film, den, 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 den wir sehr interessant fanden in mehreren Punkten. Ähm, American Pie 2 und 3 waren dann auch, die gab's auch. Und dann gab's ja auch American Pie The New Generation und davon auch 3, also... Aber ich hatte mal einen, das war American Pie 7, den fand, den hab ich im Fernsehen gesehen, zufällig. Und den fand ich richtig gut. Auch in anderen Teilen spielt Jimbos Vater mit. Also, es gibt einen Charakter, der spielt in jedem Film mit. Das ist der alte Vater mit seiner dicken Brille und seinen Augenbrauen. Das ist halt die coole Socke. Oh, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was da war, aber ich fand den Film echt viel cooler, weil viele sagen immer sofort, ja, American Pie braucht die Original-Schauspieler, weil daraufhin haben die ja auch... Habe ich hier überhaupt eine Katze oder irgendwas? Der Präckling. Daraufhin haben die ja auch, ähm... American Pie 8 war ja quasi das Wiedersehen und da kamen die aus den ersten 3 Filmen wieder zusammen. Also Stifler und die anderen. Geheimscheißer. Jimbo. Und wie das alle hießen. Tara Reid. War okay, aber ich fand, das war so ungerecht gegenüber den anderen American Pie Filmen, weil das war jetzt nicht sehr viel besser. Ich hab's zwar nur einmal gesehen, aber diesen siebten Teil, da geht's irgendwie... Keine Ahnung, in der Schule ist so eine Bibel versteckt. Und da wird zurückverfolgt von... Oder war das nicht in jedem Teil mit dieser Bibel? Also, keine Ahnung, mit der... Ich sag mal vorsichtig, Teenager-Bibel. Was man in Partnerschaften zu tun hat und so. Auf jeden Fall konnte danach verfolgt werden, dass der Gründer davon halt der Jimbo der Vater ist, ne? Den haben sie dann gefunden und haben den so als ihren Lieder angesehen. Also, das war schon lustig. Donnerdaumen muss auf, mach's gut. Stichwort Nadja. Ja, gut. Ist tatsächlich... Kein unbeliebter Charakter. Naked Mile? Naked Mile? Hat mir jetzt auch nichts. Ich hab jetzt die ganze Zeit von American Pie geredet. American Pie 4 heißt die New Generation. Und wie die alle... Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Aber es war der siebte Teil. Da kann ich mich immer dran erinnern. Ich dachte, es ist quasi die Rückzahl. Eight Mile! Ja. 2002, ne? Eight Mile. Das hab ich... hab ich gesehen. Gut, ein Film, der nicht ganz 90er ist, weil die... Oh mein Gott. Ich hab doch bestimmt... ...sondern 2000... Oder vielleicht sogar 1999. Final Destination. Final Destination. Reden wir öfter drüber. Ich glaub, ich hab da... Stern verpasst. Shit. Ja, dann zurück, ne? Hilft nix. Jetzt sind sie nicht mehr synchron. Ich wusste halt grad nicht hin, wo lang, okay? Final Destination war klasse. Aber da hatten wir zum letzten schon mal drüber geredet. Deswegen lass ich's jetzt. Gut. Nachgeholt. Wegen dir hab ich Final Destination mit sieben geschaut. Als ob... Als ob ich erstens mal früher schon davon so geredet hab, so viel. Und intensiv. Als ob du's geguckt hast. Oh, wie fand's das mit sieben? Das ist nicht für sieben. Das ist ab 16 oder sogar 18. Richtig übel hier. Ja. Shit, man. Wie sieht man da? Oh, die Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Haben wir auch nicht. Oh, bitte. Kurze Sprünge müssen's sein. Aber die gibt's hier nicht. Okay, passt. Puh. Baldi find Final Destination langweilig. So viele Stachel und keiner von ihnen soll nix in Kron-Sprecher. Puh. Was? Let's Test? Smash Melee Let's Test. Wegen der Stage Final Destination. Oh mein Gott. Der siebenjährige Nikan Sonic schaut wegen Let's Test Smash Melee. Die... Ah, hab ich's bestimmt erwähnt, ne? Aber trotzdem. Die Filmserie Final Destination. Ich brauch' ne Katze. Was da eben? Na, Quatsch. Mit Luigi hat man nicht die Probleme gehabt. So. Timmy. Jeder Amiibo hat einen Besitzer Mi. Den kann man jederzeit ändern. Wenn du auf der Switch den Mi Maker gehst, gibt es die Option, Mi von Amiibo nehmen. Oder... Achso, also ich... Ich hab jetzt vielleicht gedacht, Timmy, dass ich den... Es gibt ja die Amiibo zu den Smash-Figuren. Mi-Schwertkämpfer. Mi-Gunner und so weiter. Aber das muss ich mich nicht nehmen, ja? Also es könnte ein x-beliebiger Meta Knight oder Samus oder sonst wer sein. Okay. Ja, Timmy, ich komm drauf zurück. Sollte es nötig sein für Mi-Topia Switch. Okay, was haben wir denn hier? Kann man nicht auf der Stelle Anlauf nehmen, ohne im Kreis zu rennen? Ah, nicht genug, ne? Nicht genug. Oh, Boss-Marathon. Alter, gar keinen Bock an. Ich bin klein. Luigi ist ne gute Sache. Glaub wirklich, ja? Obwohl, ich spiele lieber mit Mario. Ich weiß, ihr wollt mir Luigi nahe legen. Ich hol mir jetzt Sachen. Ich weiß nicht, ob ich welche bekäme. Ich hol mir jetzt einfach meine Katzen. So. Alle Bosse noch mal ein schwerer. Ja, moin. Legitim. Ne? Ja, bin ich im Spiel gar nicht böse. Frohes Leiden. Ah, ja. Ja, mein. Hör mal. Müssen wir durch. Inzwischen haben wir den ersten Level des Spiels schon mal gesehen, ne? Habe ich so im Verdacht. Im Kino gejobbt. 2000 bis 2003. Echt? Jo. Ne, sowas habe ich... Gut. Sowas habe ich schon mal gehört. Aber das war nicht Digimon. Das war nicht... Also, ich habe sowas... Das war bei Stefan Raab. Gut. Das habe ich schon mal gehört. Hannibal? Das andere war nicht Digimon. Das war... Ich weiß nicht, was es war. Das ist jetzt bestimmt noch Digimon so gesagt, ne? Weil es war mit Hannibal und... Und irgendein Kinderfilm. Was richtig Kinderfilmiges. Heute hätte ich gesagt Pepper Wurz, aber das war nicht damals. Also, was Kuh wirklich meint, dass da Filmrollen vertauscht wurden. Und das wurde bei... Bei Stefan Raab... Der hat dann so gewitzelt, ne? Alle denken nur an die Kinder, die verstörende, blutige Szenen gesehen haben. Denken sie mal an die Leute, die Hannibal sehen wollten. Wollten und haben Pepper Wurz gesehen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Kennt das noch irgendjemand? Bei uns war es Digimon und Hannibal. Da haben es Leute absichtlich gemacht, oder? Das kann ich mir nicht erzählen. Bambi? Nee, glaube ich nicht. Kann mich natürlich irren. Ah, Luigi. Ich soll Luigi nehmen. Ich bin dann mit Luigi gar nicht so vertraut. Luigi und ich, wir sind nicht so dicke, okay? Da gab es mal Differenzen. Auf eure Kappe, ne? Auf euren Nacken. Mit Robert Downey Jr. Nee, dann habe ich das nicht gemeint. Ich kenne nur die Filme, wo die Tochter von Eddie Murphy... Also nicht von Eddie Murphy selbst, sondern... Ne? Freitag, der 13. Bei Bambi? Also scheint sowas öfter der Fall gewesen sein mit verwechselten... Ja, aber das ist ja... Ich glaube, da machen sich Leute auch einen Spaß draus. Ne? Das kann ich mir nicht anders erklären. Das Leute da mal ab, sich für so einen Skandal sorgen. Kino-Rollen vertauschen. Sagen wir, hier sind noch Grünsterne, ne? Die sind irgendwo am Rand versteckt. Sag die mir Bescheid, wenn es die gibt. Sag die mir Bescheid. Harry Potter, Herr der Ringe. Harry Potter, ganz klar. Habe schon die Bücher gelesen, bevor die Filme kamen. Zumindest die ersten drei. Nachdem dann die Filme kamen... Es gab auch schon den vierten Band. Habe ich dann aufgehört, die Bücher zu lesen? Habe ich mich auch daran gestört, dass ich mir manche Personen anders vorgestellt habe. Draco Malfoy zum Beispiel. Habe ich anders vor Augen, wie er dann im Film aussah. Oh, da habe ich lieber wieder das Visuelle genommen. Nach dem Bestehen bestimmter Bosskern. Bleiben ja nur noch drei übrig. Ja, der Harry Potter. Gute Filme, ne? Kann man nichts sagen. Allgemeinbildung. Weil ich da auch manche spannender finde als andere. Leider auch die fantastischen Tierwesen jetzt noch nicht so... ...sehr... ...gefühlt habe. Habe die zwei Filme gesehen, aber... ...einfach nur... Und Herr der Ringe? Herr der Ringe? Ich sag mal so, ne? Hochgelobt. So geht's leider nicht. Ich habe auch dann die ganze Herr der Ringe HD Blu-Ray-Sammlung geschnappt, ne? Oder ich glaube, es sind drei Filme drauf. Ja, die Herr der Ringe Trilogie halt, ne? Und habe den ersten Film reingeschmissen, die Gefährten. Es passiert mir fast nie, ne? Aber ich bin eingeschlafen. Lag wohl am Tag. So, wenn ihr mir keine... ...Katze gebt... ...sterbe ich. Konzentration? Ach, Quatsch. Nuri will kommen zurück. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Die Zeit ist knapp, nur mal so. Ja, ich habe keine Katze, mal so. Ich mag... ...was soll ich denn tun? Ja, und Herr der Ringe gehen... ...viel zu lang, ne? Viel zu lang. Ich erinnere mich aber immer wieder... ...an die eine Stelle aus Herr der Ringe 1. Irgendwie muss ich immer an diesen Satz denken, wenn ich... ...bei unserem Supermarkt bin. Und da das Dry-Aged Beef hängt... ...denke ich immer an Herr der Ringe. Gut abgehangenes Fleisch. Hä? Warum... ...Digasonic fand es kein bisschen gruselig. Ist ja... ...de Final-Dest-Nation ist ja auch nicht gruselig. Das sind ja nur... ...Schocker, ne? Schocker. Aber das kann auch verstören. Gerade vierjährige Kinder. Ich meine, ich war auch... ...wie alt war ich denn, als es rauskam? 11? Ich habe Final-Dest-Nation nicht direkt mit 11 gesehen. Aber ich weiß... Ich dachte, er fällt den... Ich kann halt nicht mit Luigi. Mann, ich sag's euch, wie es ist. Das ist für mich nur ein Handicap. Ich kann den halt nicht so gut kontrollieren. So. Guck mal, Ben-Hur. Ben-Auer wollte ich was sagen. Horry, Final-Dest-Nation hast du geguckt? Final-Dest-Nation 3 mit Achterbahn. Mit 11. Ja. Da wurden sie schon ein bisschen schockierender, ne? In Teil 1 und 2 ging es ja fast... Da gab es einen Teil 3 für wunderbare Zähnen. Aber du kannst auch einen langen Fohne-Bits. Gut abgegangenes heiliges Hackfleisch. Dankeschön, Fohne-Bits. Ja, nix gegen heiliges Hackfleisch. Geht knapp 4 Stunden. Ich erinnere mich an einen Kinofilm... Es gab... Moment, es gab mehrere Kinofilme, die mittendrin unterbrochen wurden, weil der Film zu lang ging im Kino. Dann musste man eine Pause einlegen. Da sind alle rausgegangen. Mal Pipi-Pause oder sich was Neues zu knabbern holen. Ich glaube, es war bei einem Harry-Potter-Film. Auf jeden Fall. War es der Haltblutprinz? Und... Der Film 2012. Weil damals... Ich habe mich fasziniert für diese 2012er-Geschichte. Weltuntergang, Meier-Kalender ist Bescheid. Und da habe ich mich dann riesig gefreut, dass es davon eine Verfilmung gibt. Ja. Aber dann war ich im Kino und ich fand den Film so unfassbar schrecklich langweilig. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Und ich wollte einfach nur nach Hause. Und dann kommen die mittendrin mit... Okay, gleich geht es weiter. Ich weiß nicht, 30 Minuten Wartezeit oder so. Okay, offensichtlich spawnen die grünen Sterne einfach nur... Hey, keine Ahnung. Mal gucken. Da bin ich einfach in der Pause weggegangen, ne? Weil ich den 2012er-Film... ...weiß ich wie... ...nicht so gut fand. Ich hätte jetzt gerne... ...Glocke... ...hier bitte nicht. Tony Antonio, willkommen zurück. Das Wort verstören ist mir nicht so vertraut. Ich sage lieber gruselig, weil meiste ja auch gemeint ist. Gruselig. Ey, gruselig ist, wenn du Angst hast, wenn du zitterst. Was anderes. Danke, Anc Riala, für 100 Bits. Ja, werden wir gleich machen, ne? Kriegen wir schon hin, die Champions World. Ach, was. Da konzentriere ich mich. Im Grund genannt. Nee, du hast 7 gesagt. Alpblutprinz gab es keine Pause? Also ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich bin noch ein Film da geblieben. Nach der Pause. Also, weil da irgendwas war, aber... Harry Potter 7 und 7.1 oder 7.1 oder 7.2 habe ich beide nicht im Kino gesehen. Ich habe Harry Potter 6 auf jeden Fall im Kino gesehen. Und Harry Potter 1. 2001, da war ich im Kino, ja. Und Pokémon 1 und 2. Fluch der Karibik. Schöne Filme. War ich auch im Kino, den neuesten, den fünften. Tagaru alle Teile im Kino gesehen. pH-Wert von 1. Hoch der Karibik. Natürlich, dass der deutsche Sprecher, ne? Wer will... Man weiß ja, warum, wer sich dafür interessiert. Von Captain Jack Sparrow. Der deutsche Sprecher hat sich ja... Zwischen Teil 3 und 4, glaube ich. Massiv verändert. Fand ich doof, ne? Man hat ja von der Figur dann seine Stimme im Kopf. Aber das war halt so. Aber du bist dran im Kino. Aber Timmy, das ist ja nicht dasselbe, Alter. Damals war Ultimativ. Pokémon, der Film. Man sieht das 150. Pokémon und das... Man sieht sogar Mew. Weißt du, wie legendär das war? Bamudgin! Hallo, Chat. Äh, du sagst Hallo an den Chat. Grüß dich, Bamudgin. Der Boss nervt einfach nur ab. Die zwei Filme mit Mewtwo fand ich super. Es gibt streng genommen vier mit Mewtwo. Durch den allerersten Pokémon-Film. Das Remake des Pokémon-Films. Mewtwo kehrt zurück. Und den Film mit Mewtwo und... Was war der andere? Dieser Käfertyp, oder? Geh ne Sekt. Und Detektiv Pikachu ist der fünfte. Ey, Blues! Mensch! Da kommt der Bluesy! Hier kommt der Blues. Ich darf die Glocke nicht verlieren. Ich will jetzt... Ich will jetzt hier weiterkommen. Ich will noch eine extra Glocke zum Mitnehmen. Auf die Glocke! Da warten wir ein Sekündchen. Die Zeit muss sein. Pokémon der Film. Remake des Pokémon-Films. Pokémon-Film mit Gen-Insekt, Mewtwo kehrt zurück und Detektiv Pikachu. Das ist ein Filmstar, wie er im Buche steht. Mewtwo! Gänse down, Gänse down, Gänse down, Gänse down. Finde die Games schon immer besser als den Anime oder Filme. Das ist wahr. Aber ich finde, man kann sich die Filme auf jeden Fall mal gönnen. Manche mehr, manche weniger. Ja. Der Schlüsselbox ist auch noch ein Boss. Okay. Ich gebe ja schon Gas mit der Zeit. Der Mewtwo, ja. Richtig, Maurice. Das war halt auf der deutschen Version von Mewtwo kehrt zurück dann plötzlich da. Das ist halt das Witzige, dass die sogar bei dem VHS... Bei der VHS-Veröffentlichung... Oder gab's das schon auf DVD? Bin mir unsicher. Aber für uns kam nur VHS in Frage. Dass wir damit geprahlt haben, dass wir mit den Szenen, die nicht im Kino zu sehen waren, dies, das. Und da war das nur diese erste Szene der Vorgeschichte, wo die im Dschungel rumreisen und Mews Haar finden. Aber diese ganze Vorgeschichte mit Mewtwo fehlte eigentlich. Also mit Mewtos Kindheit. Mit Bisasam 2, Klumanda 2 und Shiki 2. Ja. Das hätten sie schon übersetzen und reinpacken können. Aber immerhin bei Mewtwo kehrt zurück. Aber nicht auf Deutsch. Nur im Englischen. Und reinhören. So, der Bluesy hat Harry Potter geguckt, hab ich gehört. Der Bluesy hat Harry Potter geguckt. Was sind denn die? Kommt der letzte? Nach dem letzten Boss, ja? Wie Mainstream findest du Star Wars. Star Wars hab ich auch alle geguckt. Alle, alle. Bis Teil 7. Und, äh, ja, hab mich trotzdem nicht dafür begeistern können. Deswegen, ich hab halt 7 Filme geguckt. Wird mir irgendwann Episode 8 und 9 auch noch geben, aber... Hat mich nie gepackt. Blubarios stärkste Form. Ich zittere. Wollange der mir gleich noch den letzten Stern gibt, ist alles in Ordnung. Star Wars ist super bekannt. Ist super Mainstream. Ich find's sogar ungleichmäßig. Sind natürlich gute Filme. Gerade für damals. Und so. Aber das ist so immens über allen anderen zu stellen. auf der Welt. Manche. Weiß ich nicht. Kein Stress, liebe Zeit. Ich hab keine Kirsche mehr. Gebt mir den grünen Stern. Danke. Na, so passt's. Das Zeitproblem mit dem Level ist nicht mehr so groß. Liegt das an der Switch-Version oder einfach an meinem umbändigen Skill? Hori mag Star Trek mehr. Aber die Star Wars-Filme, die ich mir irgendwann nochmal alle anschauen, hab erst zwei Filme geschaut. Ich fand Teil 7 nicht schlecht. Aber Timmy, ganz ehrlich, da mach ich mir nicht so viel drauf, ja. Hab ich erzählt damals. Ich hab im Saturn damals die Blu-Ray von Star Wars 9 geschaut. Äh, gekauft. Im Saturn. Und der Verkäufer, weißt du, ich dachte mir, guck ich irgendwann. Ist ja inzwischen auch wieder über ein Jahr vergangen, glaub ich. Dann hab ich so, hier, bitte. Und der sagt so, Jawoll! Hab ich auch gestern erst nochmal zweimal gesehen. Voll der riesen Star Wars-Fan. Und, und ich, naja, wenn er wüsste. Aber so richtig, jawoll! So, können wir? Nee? Nicht? Hab ich schon erzählt, ich weiß. Jawoll! Jetzt musst du Sachen nachholen. Hab ich noch Sachen nachzuholen? Also, hier sieht's schon mal sehr gut aus, möchte ich behaupten. Hier sieht's auch sehr gut aus, möchte ich behaupten. Hier sieht's auch sehr gut aus, möchte ich behaupten. Also, alle Fahnen, alle Dinger, alle Sterne. Da fehlen zwei. Moment mal. Hä? Hab ich da die Fahnen nicht? Moment. Erzähl mir noch nichts vom Pferd. In manchen geht's ja nicht. So. Da fehlen drei. Nee, da, was ist denn da? Stempelhauswelt 6? Ach, Stempelhauswelt 6. Das ist aber lot. Lenny, hi Markus, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ganz gut. Ein Stempelhaus fehlt. Das ist ja ein Ding, du. Wo ist denn das? Hart versteckt. Feenhaus, Stempelhaus, Frauenhaus. Hitler's Röhrer. Aber das war noch in Welt 5. Glasröhre links, aber das war noch in Welt 5. Oh, da ist noch eine. Danke. 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 Gut. Jetzt. Geht's? Gut. Ach, Kinders. Was ist denn hier noch los? Was ist denn... Was ist denn mit 6a, 6b? Oh, was ist das denn? Der fehlt mir komplett. Das sind Bosse. Die haben keine Fahnen, ne? Da bist du keine 300 Meter von einer Verkehrsbeeinflussungsanlage, die 130 Kilometer anzeigt und da NN plötzlich auf 80 Kilometer und einen Ausrufezeichen springt. Kacki! Äh, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ich dachte, das wäre ein Blitz. Ich guck mal nach. Ich guck mal, kacki, ich überrüfte. Danke erstmal für einen Euro. Das erinnert mich da dran, dass ich dem Netz geblitzt wurde. Und ich guck auf meinen Taro und ich fahr halt so 29, 28. Warum wurde ich da hart geblitzt? Die wären doch wohl kulanzmäßig, wenn die 31 gemessen haben. Ne? Also eigentlich sind ja 3 kmh. Ich glaubt euch nichts zu befürchten. Ja, ne, überall 30er Zonen hinmachen. Kennst du das? Du bist keine 300 Meter von einer Verkehrsbeeinflussungsanlage, die 130 km anzeigt und wird sich auf 80 Kilometer ausrufenzeichen springt. Ne, ne, hab ich euch so noch nicht begegnet. Sind mittlerweile ziemlich streng. Keine Ahnung, unser grüner Bürgermeister hat beantragt, dass ganz Darmstadt komplett 30er Zone wird. Einfach komplett. Keine 50 mehr erlaubt. Nirgends. Wurde abgelehnt. Jetzt möchte er nach und nach jede Straße einzeln verdödeln. Eine Straße, wo ich allein mit dem Fahrrad runterfahre. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass tatsächlich ein Darmstädter... Wir haben Darmstadt 98 vorhin da gehabt, den User. Gemeint ist die... Wie heißt die Straße? Heinrichstraße. Die Heinrichstraße. Das hat gefehlt, ja. Das geht irgendwie ein bisschen bergab. Und da machen die halt 30er Zone hin. Ich konnte noch nicht mal schneller fahren, weil vor mir war halt einer, der auch 30 gefahren ist. Aber keine Ahnung, man kriegt da keine Post, wenn... Mit 3-Kulanz. Toleranz. Das war doch mal eine gute Nachricht. Bei dem Euro bedanken. Warum das? Einzige Fußgängerzone. True. So, wir können. Drei finale Level. Leute. Ich begrüße euch zu legendären Szenen. Captain Toads feuriges Finale. Hau rein. Hau rein, Toddy. Okay, mach ich. Kein Problem. Blablabla. Meine Rede. Yo, was hat er denn? Die Musik ist auch schon sehr beängstigend. Ganz ehrlich. Die Musik verspricht schon Übles. Renn, kleiner Pilz, renn. Oh, das war wirklich knapp. Das ist echt cool, ne? Da müsste man schon mal ein eigenes Spiel draus machen, ob die Leute das kaufen würden. Ob wir das für Wii U und dann auch für die anderen Konsolen rausbringen sollten. Captain Toad gibt's für Wii U, 3DS und Switch, ne? Stark. Ist ja ein schönes Spiel, ne? Haben wir gestreamt. Äh. What the fuck? Werner erinnert sich. Acht sind die anderen auch schon hochzuholen? Ah, zu knapp. Und jetzt. Oh mein Gott, war das knapp. Ha. Ha. Sekunde. Ne, Chat. Ich muss mal ganz kurz. Oh, das ist wieder ein Stempel. Oh, war das klug? Ja. War das klug? Ne, es sollte gehen. Ich kann den stunnen, aber. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Wer weiß nicht, was die wollen. Vielen Dank. Fudel für 2 Euro. Oh, ist der Code da. Hier der Schlummer Code mit Spende. Vicky und ich wohnen auf der Insel, aber sie hat es schön gemacht. Es dürfen natürlich alle kommenden 2 5 4 6 7 0 0 5 3 3 0 5. So. Ja, vielen lieben Dank. Das ist auch eine super Lösung. Dann kann ich mir aus den Donations rauskopieren den Code. Dankeschön und Fudel für 2 Euro. Ja, das machen wir. Das werden, ähm. Ja, wahrscheinlich 3 Inseln in einem Part, in einem Video. Juppie, gibt's noch Stempel. Das ist ja in Ordnung, ne? Hau die Stempel raus. Kein warm Badetag für Captain Toad. Der ist noch sauber. So, das Re... Ja, Feenhäuschen. Oh, geschenkt. Iga, mach's gut. Bis dennne. Excellent. Tipp, Stein und Lava. Fantastische Kombo. Etwa knapp. So, das Rätselhaus, vor dem viele so erzittern. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war ja ernst. Ja. Spitze. Sau schlecht. Man braucht ein bisschen Spucke dabei, bei der Toadstimme, sonst wird's nix. Ich hab noch ne Katze in Reserve, aber ich hol die nicht. Weil es sowieso nicht dieser Try und nicht der nächste sein wird. Ein 8-Bit-Mario? Ja, definitiv. Haben wir schon 3, ne? Guck mal, hier kriegen wir auch Stuff. Markus ist hochmotiviert. Was heißt motiviert, ne? Ich hab nen Job zu erledigen und den erledigen wir gefälligst. Ich muss ja den Abos, ne? Ich muss mir was leisten für meine Abos. Kann ich mir auch merken, dass er sich da befindet. Die er geschenkt. 30 Grünsterne. Was zum Hölle? Was zum Hölle? Shit! Verdödelt. Drei Mal Captain Thor hat aber kein vernünftiges... Waluigi. Oh, guck mal hier. Die kennt man aus Bowser's Fury. Jetzt kann ich diese... Diese Plattformen jetzt inzwischen mehr... Assoziere ich die mehr mit Bowser's Fury. Als mit 3D World selbst. Bowser's Fury war geiler als man... Das muss man auf jeden Fall appreciaten, ne, Shit. Das ist aber knapp bemessen hier. Das ist aber knapp. Der Chat fiebert mit, ne? Oh, Mann. 200 Leute hält es kaum vor Spannung auf den Stühlen. Alle wollen zwei sein. Bei dem First Try. Eigentlich bin ich ja eben schon abgekackt, ne? Aber... Das kann man nicht zählen lassen. Ich schaff das schon. Ja, wir... Habe ich ja schon mehrmals in meinem Leben, ne? Das ist aber total blöd. Aber egal, hat funktioniert. Da kann man sich natürlich verrückt machen, ne? Wenn du merkst, okay, ich muss den Kack-Hasen fangen. Aber eigentlich bisher sah ich alles machbar, Herr Nachbar, oder? Hier kann man ein bisschen zu übermotiviert springen. Yo. Ich habe es erst einmal im Leben geschafft. Echt habe ich im ersten Let's Play das hier auch nicht gemacht. Dann tut es mir leid. Dann mache ich es jetzt nochmal, ne? Das ist doch ein Kompromiss. Story Yoshi, willkommen zurück. Keine Ahnung, was ihr da wollt. Ist mir egal. Vorsicht. Vorsicht. Ich habe solche Mario Maker Level gebaut. In Mario Maker habe ich ähnliche Passagen aufgebaut. Ich war nie in Weltkrone im ersten Let's Play. Ja, gut, ne? Wilde Zeiten. Gut, das war sauknapp. Jetzt aber mal volle Konzentration. Was ich alles nochmal machen müssen, hätte ich wenig Lust. Hä? Muss ich auch besiegen? Was zur Hölle, Mann? Alter, Vollgeist. Assoziation ist real. Noch vier. Oh shit. Ich habe da die Katze. Die Katze ist halt ein bisschen cheat, ne? Ich gebe es zu. Das hätte ich so nicht machen sollen. Habe ich aber. Bum, bumm. Viel zu easy. Jetzt kommt Pompom, oder was ist der Letzte? Ach. Hatten Leute Probleme hiermit? Wirklich? Ich meine, klar. Musste, musst du das Spiel drauf haben, aber... Große Fresse. Incoming. Hast du auch viele solche Level mit Kriegpiranjas gebaut? Einen. Einen auf jeden Fall, wo man so ähnlich wie da eben gesehen hoch springen musste über die Piranha. Nein! Vor allen Dingen war das eine Piranha, die sich treppenförmig geschlängelt hat und du musstest immer wieder auf die Piranha drauf springen. Und das muss man halt auch erstmal können. Vor Mask wäre typisch gewesen, wärst du jetzt am Ende von der Plattform runter in Abgrund gerannt. Ja, nee. Da bin ich langweilig geworden. Das gönne ich euch nicht mehr. Letztes Level des Spiels. Champion Road. Großartige Sachen. Der Weg der Jumping-Jongs. Weg der Jumping-Jongs. Alles gut? Beep. Ja, guck dir an, wie gut sie ist hier. Wird sich jetzt weisen beim First Try. Ha! Wird sich weisen. Ach, das Ding ist, ich kenn das doch. Übrigens, den Mario Odyssey-Ding, das ist vergleichsweise einfach. Ich glaub, das hier war auch nicht so schwer. Seien wir mal ehrlich, das ist hier kein Galaxy 2. Vielen lieben Dank für den Gift-Sub. Mensch. Aber von wem an wen? Das ist die Frage. Von Whitey an Beep. Vielen lieben Dank, Whitey. Und Beep im Monat 25. Ja, gut. Ja, scheiß. Ja, pscht, pscht, pscht. We are the Jumping-Jongs, Leute. 3D-Land war unangenehm. Das ist okay. Jetzt kommt der First Try, Freunde. Das kann schon dauern, Mac Paul, aber wir müssen jetzt nicht den restlichen Stream dafür einplanen. Also, ich denke, wir spielen gleich noch was Mario 64. Retro-Achiefments. Ja. Oder, was sagt die Uhr? Jo. Bisschen Zeit haben wir noch hier. Denk ich. Wir sehen uns um 6 Uhr, wenn ich sag, ich schaff den Level einfach nicht. Also, Butter bei die Fische, ich finde wirklich den 3D-Land-Level noch schwieriger. Das sag ich jetzt schon. Der war... Der war kein Spaß. Moment. Gut, war eine knifflige Stelle. Danke fürs Follow. Willkommen. Willkommen. Da macht natürlich der Tanuki Sinn. Ey, 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 ich hab die Schwierigkeit verstanden. Aber da bin ich guter Dinge in Kriala. Ich hab ein 100 Fragen, kann ich dir nachher auf bitte einen Clip posten, denn ich von der Pieplöcke Passage gemacht habe, wie ich es e-z gemacht habe. Achso. Mit Luigi, was aber egal ist, mehr oder weniger. Ja, ja, klar. War so meine Erlaubnis nicht dafür, oder? Komm ich mir an. Oh, da bin ich ein bisschen zu unversehr, ja, Sonic-Syndrom. Klar, hätte ich zurückgehen müssen. Klar, klar, klar. Wie gesagt, mit irgendeinem Item geht's besser, aber ich mach das gerne auch so. Das war, glaube ich, bei 3D-Land der Fall, ne? 3D-Land Special World ist mit Tanuki so viel einfacher. Wie würdest du den letzten SMG-Zwei-Stern einordnen? Schwieriger. Ja, ja. Wobei, ist alles Übungssache? Aber den letzten SMG-Zwei-Stern finde ich schwieriger als Odyssey, 3D-Land World. All diese Challenges. Ja, das hier finde ich ja schon ziemlich geil, eigentlich. Also, die Dinger sind extra so schnell, dass es unbequem für einen ist. Da kommt die Donation. Ich hab mich verwirrt. Kein Problem. Ich danke dir. Vielen Dank, Neo-Luna-LP. Für den Giftsabwand 4 Rocks 88. Ich hoffe, du freust dich. Fümmen. Ne, warum steht's nicht da unten links? Egal. Auf jeden Fall bist du jetzt ein Pikmin unter der Bombenbande. Dankeschön. Ne, Schnitz setzen. Ach, Quatsch. Schnitzel setzen. Man will's natürlich ein bisschen knapp machen, damit man mehr Millisekunden übrig hat. Seems good. Ihr könnt mich jetzt natürlich, äh, ordentlich verwirren und mich zu Fails verleiten lassen mit 500 Euro Donations. Just saying. Spaß. Äh, Kaubinus-LP. Monat 4. Jo, dankeschön. Für den Super-Support. Eben hat jemand geschrieben, die Blume aktivieren. Ich sollte mal bitte die Feuerblume nutzen. Ei, wozu denn? Wo hilft die mir denn hier? Mich treffen lassen kann oder was? Das war Sonic-Syndrom, ne? Sind wir ehrlich. Noch 10 Versuche. Na, haben Bounty Hunter. Lange Nacht. Okay, Leute. Es gibt den High-Concentration-Try. Es gibt den High-Concentration-Try. Komisches Wort, wenn man das so zusammensagt. High-Concentration-Try. Nervt der Dude. Warum nerven diese Dudes? Warum gehen die nicht down, wenn man auf die draufjumpt? Ich glaub, die, die... Ich glaub, die Disco-Blöcke waren aber auch das Schwierigste, ne? Die, die... Wechselblöcke waren auch das Schwierigste. Am Level. Und das in meinen Augen gelungenste. Ich mein, ich könnte natürlich auch mit Peach spielen oder so, ne? Macht's einfacher. Und ein Crealer hat's auf Twitter gepostet. Ja, der Mario Odyssey-Ding war jetzt auch nicht ohne, ne? Soll ich mal ganz ehrlich. Ist schon richtig einzuordnen, aber du kannst hier und da so ein bisschen... Die schwierigste Passage in meinen Augen konnte man jetzt skippen. Quasi. Dass das nicht gefixt wird, ne? Vielen lieben Dank fürs Follow. Da macht sich das Failen doch bezahlt. Kann gerne klein bleiben. Hab ich kein Problem mit. Das ist der erste Grün-Stern. Das ist der erste. Okay, jetzt vielleicht. Wenn wir hier sind, macht's Sinn, dann Power abzunehmen. Jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, was überhaupt noch kommt. Hey! Responders? Das ist der erste. aus kamek oder matchy cooper das waren matchy cooper comic ist der besondere matchy cooper der browser großgezogen hat danke fürs follow will ich items holen will ich items holen eigentlich nicht noch drei versuche natürlich spannend das mit den stachel rollen den umher schwingenden stachel wollen es war ja am ende des tages gerade ja sogar schwieriger als ich gedacht hätte dort gebe ich zu danke noch mal fürs follow der level lohnt sich ja folie technisch stark muss sogar warten nun ja power ups sind was für noobs bei kamek eben hat sich das tatsächlich bezahlt gemacht sei ich mir ganz ehrlich dass ich da noch eine feuerblume so ein blümchen übrig hatte wie ein bum bum bummerang ich hoffe der wurde richtig gecheckt der witz der die anekdote die anführung der level passt auch optisch am besten zu rosalina als ob ich jetzt mit rosalina spielen würde ja exekutern aber ein tag hallo 13 der monat hoffen bringt glück und kein pech deswegen dankeschön für den support für die unterstützung genau richtig gekommen ich habe in diesem try natürlich die champions rau ist ganz klar dank exekutors kraft wenn ich es exekutor schuld so machen ich habe gemerkt dass es nicht mehr reicht dann wollen wir doch mal sehen ja das ist halt nicht ohne also sich hier treffen lassen können wäre halt schon besser gewesen geht aber nicht starsch gg level gg danke fürs follow war das in etwa richtigen kann sonnig also dann treffer einstecken macht sinn obwohl keine streffer einstecken hätten wir nachher was davon das letzte leben time to say game over was geht es geht los übrigens exekutor schuld ne immer ganz wichtig freunde merkt euch lektion für leben immer wissen wem ihr die schuld gibt am ende vorher schon abklären damit ihr fein raus seid das ist ganz wichtig alter reishi lp mit den gift subs den game over gift subs ist ja herrlich vielen vielen lieben dank reishi die auserwählten die glücklichen die lese ich gleich vor das sind sie die game over gift subs oh ich hab noch ein an moiraks vollen order da frei evil kauru 666 und die relevanz hoffe ihr freut euch über die gift subs dankeschön 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 vielmals mensch hori hori was geht ab da ist es basiert jetzt aber letzter versuch ich weiß nicht wovon ihr redet mama mia mensch wie ich hab nicht gespeichert ich muss jetzt wieder in weltblume weitermachen da würde ich hinschmeißen aber zum glück ist das spiel ja aktuell so und was juckt es wen juckt es wen juckt es dass man game over geht niemanden hori freut sich auf die long night ich muss ein bisschen lustig machen ihr habt ihr gemerkt da kommen die vorlos reingeschallert wie nix da kann ich den level doch nicht im first try schaffen dann kriegt doch keiner mit ja ein bisschen hinterher hat sich mühe gegeben diesen level zu kalibrieren also wird er auch entsprechend zelebriert und gefeiert und und ausgelutscht ausgefrungen wie nasser waschlappen oder eine zahnpastatube siehste schon wieder ein follow da läuft's kann man doch nicht einfach schaffen geht doch nicht guck mal ich hab jetzt den den ja was verloren geht beim game over sind die bis dahin gesammelten sachen aber das ist mir egal kommt ja sowieso dran vorbei also dem level macht es gar keinen sinn ja klar doppel f spiel speichert das spiel automatisch ne also wenn ich mir dessen nicht sicher gewesen wäre hätte ich natürlich in irgendeiner form gesaved dünner auf meinen nacken d hey meinst du so dick und sony reiche lp wirklich dankeschön auch nochmal für 2 euro für euch alles für euch ne ich will das jetzt schaffen ich will das jetzt schaffen um euch einen gefallen zu tun eigentlich will ich es jetzt schaffen um weiter retro schiff mit sammeln zu können ja hey nee kann es doch nicht ganz sehr gut wo gibt es einen dünner für 2 euro das ist äh das ist äh hab ich schon mal erzählt dass in Darmstadt irgendein Fatzke mal überall in den ekligsten Graffiti Wände beschmutzt hat Mannheim Dünner 2 euro Berlin Dünner 2 euro das steht an an vielen vielen Wänden in Darmstadt Stuttgart Dünner 2 euro und ich habe mich oft gefragt was das zu bedeuten hat was wollte unser Künstler uns damit mitteilen die kunstwissenschaftliche Analyse na wer hat das erkannt und People of People of Culture wer das erkannt hat Sollten reich 6 euro sein Kappa Kommt eher hin reiche LP danke für 6 euro vielen Dank ähm Pokedex Männliche Stimme ach Mann Cold Mirror mach doch die kunstwissenschaftliche Analyse also keine Leute People of Color Psycho Soul Pain muss Bescheid da ist ja gut frag mich mal vielen Graffitis was die zu bedeuten haben nee also ich denke das sollte Kritik sein dass in Darmstadt der Döner zu teuer ist Alter München Döner 2 euro Saarbrücken Döner 2 euro Hamburg Döner 2 euro das kann ich mir nicht erklären davon habe ich gesehen dass es gelogen ist ne was kostet hier ein Döner ne ich sag mal so ne für Qualität gebe ich schon mal lieber ich gebe mal lieber ein neuer es gibt tatsächlich Dönerläden wären es nicht mehr so ein Business ne in letzter Zeit nicht so viele Döner gegessen wie ich wollte hätte wollen wollen aber Döner für 4,50 sind oft nicht so gut wie die Döner für 5,50 oder für 6 euro ne also diesbezüglich dann wird dann an den Zutaten gespart das ist halt einfach auch der Fall irgendwo her müssen die den Preis ja nehmen es ist nicht oft so aber in Sachen Döner sag ich ein guter Preis ist es vermutlich da wert jaja hab's gemerkt markierter Text im Chat ist hervorragend von King Starscream kleine Anregung sobald du wieder Streamsaufzeichnung hochladen kannst sollte die Target der Fall sein bessere Playlist zum Beispiel für Retro Achievements eventuell Twitch wenn du Stufe 1 Emoji machen könntest ey ich hab doch ähm äh ich hab doch angefangen wenn du mich dran erinnerst wenn du mal auf dem Streamaufzeichnungskanal hingehst auf Playlists da sollte es doch schon ein paar Playlists geben ich wollte jedes äh Projekt jedes äh Spiel eine eigene Playlist geben also ihr findet das hier zukünftig auch irgendwann mal in einer Super Mario 3D Playlist auf meinem Streamaufzeichnungskanal Döner hab ich grad gefragt brauche ich das? oh mein Gott Hamburg Döner 3,50 bis 4 Euro ja was weiß denn echt? 6,50 Winterhuder Marktplatz auch Döner Teller auch Döner Teller äh ist jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl Pomm Döner beziehungsweise Döner Box ist mir tatsächlich lieber als ein Döner Teller aber ich ich nehm gerne auch das ganze Grünzeug wenn's im guten Brötchen ist Knoblauchsoße muss es sein da willst du hoffentlich danach nicht mehr auf ein Date aber schmeckt geil beziehungsweise da gibt's auch Unterschiede ne man kann nie irgendwie Lapida sagen äh die und die Soße auf dem Döner das kommt auch auf dem Dönerladen drauf drauf es ist halt eine eine Retro Achievements Playlist das ist natürlich eine gelungene Anregung komm reiß ich jetzt nur zusammen wisst ihr ich hab auf diese ersten Bereiche irgendwie so wenig Bock weil normalerweise hakt's an denen ja nicht man will ja weiter man will ja zu den interessanten Bereichen ah das ist genau der Fehler das ist genau das woraus diese Level gemacht sind die einzelnen Abschnitte sind gar nicht so schwer aber in der Kombination ne dann machst du irgendwann nochmal den Fail na gut ich bin aber auch der Auffassung wir haben jetzt genug vom Level gesehen hatte genug Screentime wir können mal weiter wir können weiter ja ich hab ja tatsächlich ein bisschen äh ab und zu einmal die Woche wird mal ein Lieferservice bestellt ne und nicht wie früher, früher war's häufiger und äh ja hab die Pizza wieder ein bisschen für mich entdeckt war ja lange Zeit ein bisschen Pizza kritisch kein Bock mehr auf Pizza aber wenn sie richtig gut ist und von der Kette Pizza Boy Werbung weil Namensnennung keine wurde unbezahlte Werbung hat da hat die mal eine gute Pizza frische Pilze oder Schinken Mais ne ich brauch immer Mais auf meine Pizza da leg ich den extra Euro drauf Mais gibt immer so na gewisse Süße ne oh geil das könnte ich mir vielleicht merken die Kombo Weiche LP als LKW Fahrer bestellt viel unterwegs ich sag mal so ne was man so bestellen kann auf Lieferando und Co immer noch besser was ich selbst zubereiten würde wa den Fraß den ich selbst mache den kann ja keiner essen den würde nicht mal ich essen Paprika ne Paprika ich bin kein Paprikafon ich krieg Paprika runter aber ne wenn ich die Wahl hab außer auf auf Chips Paprikapulver da bin ich ganz komisch hm Officer Tom ja gut ist ja massiv übertrieben Arbeitest du nebenbei eigentlich auch ne da muss ich überlegen ich hab wie gesagt 1,2 andere Einkommensquellen aber Arbeit ist halt nicht also meine Arbeit ist tatsächlich YouTube und Twitch deswegen sollte ich mich niemals beschweren über fehlende Motivation oder sonst was man muss auch nicht vergessen beides hinzukriegen ne also ich sag mal ich hab ja noch Family neben dem Sohn auch die Großeltern die viel ach die mich brauchen die brauchen die brauchen mich einfach und äh was noch der Aufer der YouTube Videos kostet sollte nicht äh vergessen werden ne ich machs gerne unterm Strich aber dagegen haben wir äh Streams halt extrem angenehm einfach nur zu zu zocken und dann ist eigentlich so gut wie die Sache gegessen ist halt mit YouTube nicht ganz so vielen 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 Dank Drakel Retourkutsche dankeschön ey Leute Hallöchen ich hab gelesen dass Drakel heute massive Internetprobleme hatte deswegen freut's mich auch grad zu sehen dass der Raid reinkommt das heißt es hat sich erledigt ja da fühlt man sich machtlos ne die machtlosen Internetprobleme ihr seht das Finale von Mario 3D World das letzte Level wenn wir das geschafft haben gibt's noch ein paar Mario 64 Retro Achievements das schon mal vorab wer sich da Popcorn holen möchte äh nur zu passt und ja Drakel Mensch also stark muss ich ganz ehrlich sagen zwei Monate Sea of Thieves haben wir gestern ge gestern das letzte Mal ge 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 raided und ungefähr genauso lange spiel ich um ehrlich gesagt um ehrlich zu sein auch Sea of Thieves aber ja ich spiel mit Controller an meinem PC ist für mich ich bin einfach der Controller Typ und ach du Scheiße und äh ja Tatsache ne ist bei dir scheinbar mehr Routine drin ja so ich im Moment mal ganz kurz Freunde ich ich danke euch danke freu mich dass du da bist aber Chat muss ich jetzt mal kurz ignorieren weil ja keine Ahnung ne muss auch mal was liefern ganz kurz große Klappe nix dahinter der Magos erwähnte bereits die letzten Level aus Mario Galaxy 2 finde ich schwerer 3D Land finde ich schwerer wah es kann doch nicht wahr sein einmal noch zusammenreißen Odins Rabe 85 danke für 2 Euro du bist schollt Drakkel wird dir nicht antworten er hat über Datenvolumen der Stream weil immer noch kein Inet achso das ist natürlich schade da hoffe ich natürlich ich gucke kurz den Chat an da hoffe ich natürlich dass der Drakkel sein Internet sich bald wieder fängt oder beziehungsweise ich glaube sonntags machen die da nix ich sag trotzdem Danke und äh ja liebe Leute dann müsst ihr bald mit mir Vorlieb nehmen das hilft ja nix Erik G so Danke für 190 Piddies konnt ihr denn ein bisschen streamen oder G ein 190 kleiner als 3 aber springst du dich auf Dieter springst du dich oder nicht auf die Ameisen kannst du springen ja schon ja er hat Pikman beendet Pikman Pikmin ja schön Pikmin wir sind nicht umsonst ne die Abonnenten hier Pikmin unter ner Bombenbande auf jeden Fall freue ich mich dass er euch zu uns geschickt hat ja Kanalpunkte ich guck mal ganz kurz was ist denn was wollt ihr guck mal kurz Butter bei die Fische beendet das Markus das Spiel vor Mitternacht ach Leute ist das noch ne gute Stunde ich bitte euch also 23 Uhr das wäre ne interessante Frage gewesen aber ob ich bis 24 Uhr es schaffe also wer da jetzt dagegen stimmt den haue ich ne also kann ganz ehrlich antragung einer gewaltöffentlichen Netz euch gebe ich nen Klaps auf den Rücken also ganz schade dass es nicht der First Try wurde bin ich ganz ehrlich ich halbe jetzt ein bisschen lang hier rum aber Mitternacht also ich also ich sag gleich Mario 64 was los so wenig Vertrauen es gibt Leute die haben so wenig Vertrauen böse Zungen würden sagen sie kennen mich sie kennen mich sie kennen mich zu gut wenn nötig kann ich nen Clip anschauen alles easy in Creal lass mich erstmal zocken hier mhm 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 Das habe ich auch schon mal erzählt. Sah nicht so gut aus. Sah nicht so... Also mit ihren gefühlten Windows 98 Rechnern da. Größter Schmutz, ne? Größter Schmutz. Und das war kein gepflegtes oder gutes oder qualifiziertes Internetcafé. Das war... Ich weiß nicht, wie ich es böse sagen soll. Oder nicht böse sagen soll, aber... Ich sage einfach, es war nicht gepflegt, okay? Das war wohl in erster Linie für Leute, die 2013 noch kein Internet hatten selber. Und ich formuliere es so, wegen Armutsgründen offensichtlich. Kleine Strafen... Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Internetcafé, ich schwöre euch. Also ich war früher schon mal, bevor ich selbst Internet hatte. Wir hatten ja in der Schule. Mein Onkel hat so im Jahr 2000 Internet bekommen. Bei dem habe ich Mohun gespielt. War eine Gaudi. War eine Gaudi. Und wir hatten in der Schule auch die Computer stehen mit Internet. Stark. Chatcity.de. Und gegenseitig beschrieben. War eine Erfahrung, ne? Da habe ich mir... Auf dem Zettel, ne? Wenn in der Werbung... Habe ich noch darauf geachtet, ob irgendwo in der TV-Werbung erwähnt wird. Besuchen Sie uns im Internet unter www. Ich weiß auch nicht. Irgendwas Banales habe ich... Wisst ihr, damals gab es nicht so absurd viele Internetseiten. Oder mir war Google und so noch nicht vertraut. Bzw. damals war Google noch nicht mal so ein Monopol. Sondern es war eine Option neben Yahoo und sowas in der Art. Ich reiß mich jetzt zusammen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. OG am Schulinternetzocken. Tatsächlich war, keine Ahnung, ab 14 oder 15 Uhr. Und da bin ich halt freiwillig nachmittags nochmal in die Schule. Nur um in den PC rauben zu können. Ich habe in irgendwelchen Kegelclubs ins Gästebuch geschrieben und so. Ich habe einfach alles gemacht. Keine Ahnung, wenn von irgendwelchen Hautcremes in der TV-Werbung... Besuchen Sie uns im Internet unter www.nivea.de. Habe ich mir einen Zettel genommen, ne? www.nivea.de Schließen Sie jetzt Ihren Bausparvertrag ab bei... Wie heißt das? Bei diesen Steinen können Sie... www.schwebichhall.de Und die wollte ich mir alle angucken, die Seiten, ne? WP Marco Scheer 100 gebe als Tipp, dass man bei den Chucks dazwischenrennt und nicht springt, weil AMN Sun NST meistens in den anderen dann reinspringt. Weiß ich doch, das mach ich doch die ganze Zeit, oder nicht? Teils. Äh, Angriala. Dankeschön für 100 Bits. Gut, bei den Chucks muss ich auf jeden Fall... Das wäre sehr praktisch. Einen richtigen Rhythmus rausfinden. Ja, da habe ich... Ja, weiß nicht. Und es war auch Arsch langsam. So, und dann kam Pokémon... Ich weiß, manche sind jetzt langsam genervt von meiner Unkonzentriertheit. Ich werde mich bessern. Ich werde mich bessern, okay. Sagte er und macht das. Es ist kein Use! Und www.pokémon.de war so überlastet, das hat nicht geladen, ne? Pokémon.de, da gab es so einen ganz dicken Startknopf oder so. Da hast du draufgedrückt und nichts ist passiert. Ja. Weil Pokémon.de halt so überfordert war. Weil die 2000 war halt der große Pokémon-Hype. Ja. Da habe ich immer gefragt, warum ich da nicht draufkomme. Offizielle Pokémon-Seite. Oder irgendwelche Fernsehzeitschriften. Auf was wollte ich denn hinaus? Ich wollte irgendwas erzählen. Das war als Einleitung gedacht. Achso. Ja, pass auf. Internet-Cafés. Aber irgendwann habe ich die Schule ja verlassen. Ich habe ja... Tatsächlich bin ich da sogar nochmal in den PC-Raum. Obwohl ich nicht mehr in der Schule war. Dann bin ich die Schule gewechselt, siebte Klasse. Weil ich umgezogen bin. Ja. Und in der neuen Schule war das nicht ohne weiteres möglich. Dann bin ich ab und zu im Internet-Café. Und habe mir auch Sachen mitgenommen. Disketten habe ich mir mitgenommen. Ich habe die bis heute noch. Habe ich die hier? Ich habe immer aufgeräumt. Ich habe die Disketten vorführen. Schade. Gerade nicht zur Hand. Meine drei Disketten, Alter. Nicht USB-Stick. Und ich habe zu Hause einfach so ein paar Projekte gemacht. Ich erinnere mich, ich wollte... Das war richtig mies. Ich bin zu sehr am Erzählen und zu wenig am Zocken. Das war echt nicht nötig. Egal. Ich bin excited, Leute. Ich wäre mehr hochmotiviert. Ich wollte Digimon-Bilder... ...aus dem Internet ziehen. Sprich, ich war ja fasziniert davon... ...zum Beispiel, dass es Digimon gibt. In der ersten Digimon-Staffel hat ja nicht jedes Digimon den Mega-Level erreicht. Und durch das Internet konnte ich mir die Mega-Level angucken. Und das war hoch faszinierend. Und ich wollte... Was hatte ich vor? Ich wollte halt quasi so eine Art Digimon-Pokedex quasi... ...mehr oder weniger erstellen. Ich habe viel mit PowerPoint früher an meinem PC gearbeitet. Also ich hatte einen PC, aber noch kein Internet. Und dann bin ich ins Internet-Café. Am Darmstädter Hauptbahnhof gab es eins. Da Digimon nicht mehr. Ja, einfach rennen ist so eine Sache. Ich muss erst mal da drauf, ne? Ich schaff's. Natürlich vor Mitternacht, Leute. Das ist ja wohl das Mindeste. Und bin da immer mal hin und habe die Sachen abgespeichert. Ich war auch so blöd. Ich habe unter Google halt direkt rechtsklickt, speichern unter. Und habe nur die Vorschaubilder abgespeichert. in absolut winziger Dateigröße. Ich habe auch 2003 in der Schule meine Projektprüfung gemacht. Über Konsolen und so weiter. Und konnte halt auch im Internet die ganzen Konsolen eingeben. Und Bilder nehmen für die PowerPoint-Präsentation. Solche Geschichten. Und habe dann auch Mario Kart Double Dash Präsentation draufgelegt. Mit allen Items und Fahrern, die es gibt im Spiel. Habe ich schon öfter erwähnt. Und dafür habe ich halt auch, ne? Die Sachen, ähm, gespeichert. Das Witzige ist, einmal bin ich im Sommertag, es war ein langer Weg, bis zum Darmstädter Hauptbahnhof. Und ich bin gelaufen. Bin gelaufen. Und nur im T-Shirt oder im Pulli. Weiß nicht, äh, so warm war es gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe mich geärgert. Also nur ein T-Shirt ab. Bin den langen Weg gelaufen, zu diesem Internet-Café im Darmstädter Hauptbahnhof. Mit meiner Diskette. Und wollte auf meine Diskette Digimon-Bilder abspeichern, okay. Wollte irgendwelche Digimon-Namen googeln, die ich mich weiterbilden wollte in die Richtung. Und was, was passiert? Da hat er mich gefragt, wie alt bist du? Und da habe ich halt gesagt, ich weiß nicht, wie alt war ich denn? 15 oder so. Dann hat er gesagt, das geht nicht. Die sind hier am Spielen. Und das Spiel ist aber 18. Und deswegen darfst du leider nicht. Und dann haben die, ich weiß nicht, was die gespielt haben, einen Counter-Strike oder so? So eine Art auf jeden Fall. Unreal Tournament? Keine Ahnung. Weil die irgendein ab 18-Spiel gezockt haben, durfte ich nicht meine Digimon-Bilder runterladen. Weil die halt, keine Ahnung, die PCs waren alle miteinander verkabelt, Glam-Party-mäßig. Das, äh, ja. Dann bin ich wieder nach Hause, den lieben langen Weg. Ich war auch nicht schlagfertig, ne? Ich habe ja nicht gesagt, ich möchte doch nur das und das. Ne, die haben mich einfach partout nicht gelassen. An einem anderen Tag haben die mich ja gelassen, ist auch das Witzige. Und da waren halt ein paar Suchtis, die permanent... Das sag ich euch. Da waren ein paar Suchtis, die permanent, äh... Ich, ich, ich sag halt mal Counter-Strike... ...gesuchtet haben. Und die haben einen wohlgefährdet gesehen. Ja, das ist einfach so. So, und jetzt kommt der Concentration-Mode langsam. Tut mir leid. Was habt ihr denn aufgelöst? Schiebung, Markus-Konstellation. Tut mir leid. Gut euch nicht gewettet habe. Timmy schuldet ein paar Kanalpunkte. Ich will auch gerne Präsentation über Konsolen gehalten. Mhm, Just-RP. Mitternacht, ich saß. Punkte wurden den Leuten ausgegeben. Markus-Konstellation, weiter. Ich mach selbst. On-Retournament. Wir wollen On-Retournament spielen! Das waren keine Kiddies. Das waren... Das waren schon 20-Jährige, ne? Die da gezockten. Ja, logisch. Weil er hat ja keine unter 18 gelassen. Er hat ja die unter 18-Jährigen ja gar nicht reingelassen. Das war doch faszinierend. Damals die ersten PCs. Gut, was heißt die ersten PCs, ne? Ach, Kinder. Ich bin trotzdem nicht weitergekommen. Es gab ja früher schon, ne? Ähm, C64 und so. Das haben ja manche als PC gesehen. Aber... Guck mal. Hier möchte ich jetzt drauf springen. Und dann... Nehme ich hier so den Schwung. Auf den... Und auf den zweiten normalerweise auch. Das werde ich versuchen, mir so anzuwenden. Soll das gewesen sein etwa? Meine Internet-Café-Geschichte. Also 2005 hab ich Internet bekommen. Also muss es vorher gewesen sein. Ich hätte geschützt 2004. Wir wollen heute noch was machen. Ich werde jetzt schweigen. Und wirklich stay focused. Ich muss die Backen halten. Das sei denn, es kommt irgendein Alert. So. Psst. Bis zum nächsten Mal. Das zählt nicht. Irgendwo klemmt es immer, ne? Naja, egal. Kommt Zeit, kommt Rad. Das haben wir gleich. Doch, doch, Silber. Das wird schon. Das sah gut aus. Wie wird man modd, wenn der Markus sagt, dass du jetzt modd bist? Unbekannt, danke für 12 Euro Ablenkungs-Support. Vielleicht erkennst du mich ja, wenn du in PayPal meinen Namen siehst, aber möchte zumindest im Stream anonym bleiben. Ich denke, du verstehst es, wenn du weißt, wer ich bin, P. Das ist sehr mysteriös. Ich erwähne dich nicht. Wer ist der Unbekannte? Ich sag auf jeden Fall danke für 12 Euro. Warum? Ist es eine der altbekannten Nasen oder hat der Name, sagt der Name mir jetzt wirklich was? Pass mal auf, pass mal auf. Jetzt die Spannung, die Spannung. Und ich öffne. Ich öffne. Knicko Brot. Wer zur Hölle ist Markus? Ich weiß auch nicht. Also, wer mir die 12 Euro, pass mal auf. Ich guck mal was. Ah, ach so. Ganz ehrlich, der Name hätte es nicht gesagt, aber wenn ich draufgehe, sehe ich die E-Mail. Und mit der E-Mail weiß ich es. Ja, Freunde, das war Michael Jackson und der möchte nicht erkannt werden. Ich meine natürlich, das war Iwata-San. Nein, tut mir leid. Das war Bud Spencer, der... Es war niemand Bekanntes. Also, einige würden ihn kennen. Einige würden ihn kennen. Ich freue mich, dass du da bist. Meines Erachtens muss das nicht so sein. Aber dein Wille geschehen. Vielen Dank für die 12 Euro. Jetzt voll blöd, dass ich kein anderes Thema habe, aber ich war doch hier am Schweigen. Blay Madden im härtesten Level des Spiels. Ja, Galaxy 2 ist noch ein anderes Kaliber. Ich finde auch Mario 3D Land schwerer, das letzte Level. Ansonsten ist das hier nicht ohne. Das gebe ich zu Aluka Darking. Danke für 100 Bits. Er war es doch nicht. Es tut mir leid. Darth Vader. Sollen wir Mods das als Wink mit dem Zaun verstehen, oder? Was? Was? Timmy, was genau? Das wird nichts bis vor 0 Uhr. Hä? Wir haben doch 8 nach. Ja, der Chat ist auch schwierig, Madden. Also, ich habe die ganze Zeit wild geredet. Also, erst habe ich normal geredet. Dann ging es auch normal voran. Als ich dann richtig im Redefluss war, ging es gar nicht. Und jetzt wollte ich eigentlich schweigen. Kappa 100, wenn es Chuck Norris ist, will ich, dass er mit Arnold Schwarzenegger mal Abenteuer macht. Haben sie? Die haben einen Film zusammen. Oder sogar, es waren sogar mehrere, ne? Ach, wer war denn das? Schwarzenegger, Chuck Norris, wer war denn da noch dabei? Ich werde genau bis 0 Uhr 1 für euch fehlen. Ich würde doch schon noch gerne ein bisschen 64 zuvor holen. Expendables, wer war da noch dabei? Das Witzige ist, die hatten sogar dieselbe Stimme, denselben deutschen Synchronsprecher, oder? Schwarzenegger und... Was Chuck Norris hatten, hatten... Sylvester Stallone, jawohl. Also, Rambo. Das war doch mal... Da war doch mal eine Bande, ne? Da hatten mehrere denselben Synchronsprecher, was halt echt ulkig war. Was machen wir denn jetzt hier? Ich könnte... Hier muss es doch eine Ideallösung geben. Weil das nutzt mich zu oft, leider. Danke für 100 Bits, Alucard Darking. Lp, Marco Scheer, ein 100 Chuck Norris kann diese Level in Kopfstand und Ploundären in Frist 3 fertig machen. Bruce Willis, Van Damme. Okay, wisst du was? Ich mache jetzt wieder einen schweigsamen, weil... Wir wollen ja... Wir wollen ja zeitig essen, ne? Wir wollen jetzt noch viel Hallo. Das war's für heute. Oh... 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 Das ist nochmal ein ruhigerer Abschnitt und danach geht's, glaube ich, nochmal richtig... Na, geht nochmal die Luzi ab. Ich glaube, das ist ja nicht das Letzte, ne? Das kann ja nicht... Das ist viel zu ruhig. Für das Letzte. Ich weiß es auch nicht mehr, was noch kommt, ne? Kann ich es selber nehmen. Galaxy 2, let's grüßen. Upsch. Hm. Das ist die letzte Stelle. Aber die ist ja auch übel, ne? It's no use! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Man ist so viel schneller in der Switch-Version. Ich hab doch da gerade gar nicht gesehen, Freunde. Ich hab doch gar nicht gesehen, was da ist in die Ecke. Oder war es vielleicht eine schlechte Reihenfolge, wie ich das angehen wollte. Aber trotzdem ist er... Ist doch nicht mehr lustig, oder? Ist doch nicht mehr lustig. Also einmal möchte ich noch da hin, ohne Power-Ups. Und wenn es da nicht klappt, dann muss ich mit Power-Ups hin. Ja, Just-RP, ich kenn den Schinken. Es war klar, dass am Ende nochmal der größte Wurf kommt. Das war doch logisch. Ich hab's auf jeden Fall vor Mitternacht. Was ist denn los mit euch? Wie mit Power-Ups? Ja. Sagen das jetzt die Leute, die, ähm, gesagt haben, nach Mitternacht? Lass mich davon doch nicht beeinflussen. Wir gehen nochmal ohne Power-Ups. Bis an diese letzte Stelle. Und wenn die da nicht geschafft wird, würden die Katzen gewöhnt. Oder was macht mehr Sinn? Mehr Sinn machen eigentlich die Tanooki-Blätter. Wie kriegt man die denn am besten her? Luigi und ne Blume geschafft. Moin, Sammy. Willkommen zurück. Ich bin gerade ein bisschen schweigsam. Würden wir diesen elenden Level doch mal hinter uns lassen. Deswegen nicht wundern, aber dich, dich, dich muss dich grüßen. Oh, hallo. 3-1. Oder dieses Disco-Level-Remake. Ja, ich glaub, das wär schneller und besser. Alter, um auf diesen Chuck draufzukommen, muss man ja so weit nach außen, dass sich das gar nicht empfiehlt in meiner Welt. Och. Also. Oh. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ekelhaft. Katzen sind ich da? Markus fällt nicht. Er lässt das Spiel gewinnen. Das ist gut. Das muss man merken. Guten Game Over. Michi grüß dich. Timmy, also, ah, Timmy, ah, Timmy, ey. Timmy, kennst du meinen Willen, Retro-Achief mitzuholen? Kennst du, ne? Oh, genau. Die Plattformen runterrennen und sterben nicht als Fail gönnen? Ja, bei der Plattform vorhin, die ich meinte halt. Warum macht der denn da überhaupt keinen Wandsprung? Ich könnte mich doch retten, aber der macht keinen Wandsprung. Ich meine mit Timmy, dass ich heute noch welche holen möchte unbedingt. Um das zu tun. Und um heute noch Retro Chiefments zu holen, muss ich jetzt auch mal, ne? Ich bin nicht salty, auf keinen Fall. Ey, möchte ich jetzt glauben, dass Leute, könnte man das glauben? Ich bin nicht salty. Ich will es auch nur schaffen. Ich bin doch nur ruhig, damit ich Konzentration habe. Siehst du? Das hat einen Flüchtigkeitsfehler. Spring nicht auf die Chucks, sondern auf mir den zwei dazwischen und dann zwei im Weg sind drüber. Irgendwo drauf. Ja, genau. Was? Ey, vor dem Marsk macht's gut. Spring nicht auf die Chucks, sondern laufe bei den zwei dazwischen. Über den Wurmweg sind drüber springen. Also so ein Checkpoint, ne? Ne, wär lame, aber ich hasse es. Weitsprung, den nutze ich in dem Spiel fast gar nicht, weil der ist ja nicht so Mario 64. 60 Weitsprung, das ist ja ein... Timmy provoziert, ne? Timmy! Timmy ist... Timmy ist salty, glaub ich. Manchmal fach ich. Funktioniert's manchmal nicht, ne? Wegen dir selbst? Weil du Vertrauen in mich gesteckt hast, oder was? Jetzt hör mal auf. Ja, das ist halt... Der Tag, an dem ich Timmy als treuen Abonnenten verloren. Er wird nicht mal mehr miterleben, wie sich Magma weiterentwickelt. Was? Ach, Timmy, ach Quatsch. Das geht so deep, Timmy, das können wir nicht machen. Ne, den außen kann ich nicht direkt nehmen. Das hat zwar mal geklappt und sah richtig gut aus, aber das ist nix auf Dauer. Sammy! Ach, Kinders. Jetzt musst du es aber schaffen, kleiner als drei. Äh, okay, ab jetzt. Klar ist der letzte Level-Hunter. Das ist der... Wir von Nintendo möchten mit dem allerletzten Level nochmal einen deutlich höheren Schwierkeitsgrad bieten, Level. Und wenden fast alles, was im Spiel vorhanden war, nochmal an. Stimmt, jetzt sind wir wirklich lang nicht mehr weitergekommen. Das war wirklich nicht cool. Hm. Hm. Hat einen Fehler gemacht, der keinen Effekt hätte, solltest du es vor Null Uhr schaffen. Wat? Was für ein Fehler, Timmy, denn gemacht habe ich nicht... Habe ich nicht... Ich bin viel zu hektisch. Aber warum ist denn das auch immer anders? Hier, die Stelle. Manchmal kann ich da draufjumpen, aber manchmal nicht. Timmy, jeder hat schon viele Fehler gemacht. Siehst du doch gerade bei mir. Das Leben ist manchmal wie eine Champions-World bei Mario 3D World. Aber am Ende... Wenn man nur an sich glaubt, erreicht man seine Ziele und Träume. Das klingt deep. Zitat Markus 2021. Wie ein weiser Mann mal sagte. Wer sagte das denn? Ja, ich. Jetzt gerade. So. Weißverschluss in den Mund. Und... ... ... ... ... Alter, was? Verdammt, der Magicooper. Jetzt mal. Also, das war wirklich scheiße. Das Leben ist manchmal wie eine Champions-World. Riddler-Boy. Okay. Danke. Danke, du hast verloren. Voll gelogen, dass man seine Träume verwirklichen kann. Das ist wahr. Ich habe auch Träume, ne? Also, meine Träume. Werden nicht wahr. Wenn es dein Traum ist, irgendwann mal Bäckermeister zu werden, ne? Dann kannst du es erreichen. Aber heutzutage träumt man anders, ne? Wenn man den einen oder anderen Harem-Anime gesehen hat, träumt man auf einmal anders. Das ist so. Ich habe Lucius gelesen. Das war der Chat. Das war der Chat. Ich dachte, Lucius meint mich. Chuck-Passage. Guck mal, hier kann ich so abspringen. Hamsterzüchten im großen Stil. Ja, aber auch nur, wenn es mir in den Kram passt. Ich würde nicht wundern im Rest meines Lebens. Das ist, äh, Hamsterzüchten. Ist so ein Ding, wenn ich mal, keine Ahnung, nichts mehr zu tun hätte im Leben, ne? Wenn ich nicht mehr wüsste, äh, wenn ich nicht mehr wüsste, wohin mit meiner Zeit, dann würde ich mir das als Hobby suchen. Aber davon bin ich weit entfernt, ne? Gut, ich glaube, ich habe jetzt einen guten Weg für die Chucks. Ich habe jetzt einen guten Weg für die Chucks. Gut, dass die Plattform schon gerespawnt war. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Markus, was machst du eigentlich da? Das war so überflüssig wie sonst was, ne? Sowas überflüssiges habe ich selten gesehen. Tut mir leid. Tut mir leid. Das Leben ist wie eine Champions-Roll. Ne, das hier ist mein Leben in der Nutshell. Irgendwo halt. So, hier. Ruhe bewahren. Ordentlich springen. Naja, egal. Bis trotzdem weiter. Glaubst du wirklich, du schaffst die letzte Passage als kleiner Mario? Diese Aussage macht mir ein bisschen verletzt mich ein bisschen. Natürlich ist sie heftig, aber... Möglichst ist alles möglich. Das hat mich richtig verunsichert. Game Over hätten die für das Level echt deaktivieren können. Lorenzo, Game Over 3. Ja, das war der dritte. Mit Tanuki ist das Level deutlich angenehmer. Ja, korrekt. Ich habe gesagt, einmal möchte ich noch zu der letzten Stelle des Levels. Da waren wir vorhin schon. wo man die Schlüsselmünzen sammeln soll. Und daran muss ich mich zumindest heilen. Dass ich erst Items einsetze, wenn ich nochmal am Ende gewesen bin. Also ich bin permanent am Ende mit meinem Leben, ja. Wenn man so will. Aber ihr wisst. Ja, aber vielleicht muss ich mich auch noch was category. Das war mal. Ich bin komplett. S Industries. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Ich meine, sie sehen die Blöcke süß aus wie Bonbons. Bonbons? Das ist für mich... Allein wie es klingt, wenn man draufläuft, ne? Glas, Kristalle. Finde ich jetzt. Aber schön sehen sie aus, jo. Das sind sie wohl. Danke vielmals fürs Follow. Bin ich immer so schweigsam. Danke schön fürs Follow. Na gut, vielleicht sollten wir doch Items holen, ne? Bevor... Also ich merke, dass mehr Leute... Angesäuert zu sein scheinen. Ich beiß mich gerne fest, ne? Aber wenn ihr wollt, dass ich Tanukis hole, dann können wir das machen und... Da läuft's besser, ne? Epic Eugen. Danke fürs Follow. Willkommen. Jeden Mittwoch, Freitag, Sonntag live auf Twitch. Natürlich, Lyric. Natürlich, aber... Man muss ja nicht jede Hilfe, die man geboten kriegt, nehmen, ne? Also... Was war mit Story Yoshi los? 600 Sekunden? Wegen was? Spamming Symbole. Slasher sagt, das wäre schon viel cooler, ne? Besser Items als quälen. Wir sehen, wir haben verschiedene Meinungen. Man kann's also nicht jedem recht machen. Das wäre natürlich das Geilste, wenn ich's einfach ohne schaffen würde. Und der Fisch ist rasiert, ne? Sind wir uns einig? Ja, sind wir uns einig? Und der Markus einfach hier first stride. Aber... Eine Sache, die ich habe, wenn ich Tanuki, der das beste Item hierfür wäre, holen würde... Dann müsste ich ja wieder lernen, wann ich zu springen habe und so. Der könnte mich eventuell natzen, der Tanuki. Bei dem Rhythmus hier, wobei, an für sich ist er ja nur ne Hilfe. Hey, das war nix. Spiel, wie du das für richtig hältst. Mir geht's bestens, Freunde. Ich will nur nicht, dass das ihr, äh... Lyrick glaubt nicht mehr an mich in der nächsten halben Stunde. Das wäre... Wär's halt gut gescriptet, wenn ich's dann schaffen würde, ne? Wisst ihr? Das wär halt die feine Sache. Ich muss aber halt wirklich meinen Pilz ein bisschen aufheben, also... Einmal darf ich mich ja treffen lassen und es darf halt nicht an so einer bescheuerten Stelle hier sein. Sondern das muss ein bisschen... Ja, bis zum Ende aufheben. Hol einfach die Items. Ich bin noch kurz davor. Ich bin kurz davor, vor den Items holen. Okay, Leute, nach dem nächsten Game Over, ne? Wir haben noch die drei Versuche. Ohne Items. So steht's jetzt im Gesetzbuch. Nach dem nächsten Game Over kommen Items ins Spiel. Aber stolz wär ich nicht drauf. Dann gibt's keinen Grund mehr zum Feiern. Man könnte auch keine T-Shirts drucken. Auch mit Items werd ich's nicht first try and, glaub ich, ne? Das Blöde ist, ich musste hier die Items jedes Mal neu holen. Warum macht er diesen Move? Hat er in dem ganzen Stream-Projekt nicht gemacht? Oder macht er diesen Move? Und man sagt, sagt nicht. Der Gamer macht halt so und so, ne? Oh, da kommt der Game Over kommen her. Okay, letzter No Items try. Let's go. Ja, ich denk, der sagt viel aus, ne? Ja, das Problem ist, man kommt zwar immer besser rein, aber die Konzentration ist ja permanent, muss ja auf 100% sein. Wenn die Konzentration mal nur auf 98% ist, dann läuft das nicht so, ne? Und da seh ich die Problematik. Wenn ich ganz stumm und still und leise für mich zu Hause allein zocken würde, sieht eventuell... Da weise ich mich fest, ne? Kein Problem. Aber ich hab hier Entertainment abzuliefern. Und wenn das besagt, ich hab einfach versagt, dann hab ich einfach versagt, ne? Ich würde sagen, hier holen wir uns die Tanugis. One-Up-Trick. Was interessieren mich die One-Ups? Guckt mich doch nicht. An den One-Ups hat's jetzt nicht gelegen. Sind da noch welche hier? Okay. Aber ich geb nur auf Druck der Community nach. Ich hätt's weiter versucht. Und ihr wisst das. No shit. Und ich hätt's irgendwann geschafft. Davon ab. Dass wir nicht erfahren können, wann genau das ist, macht mich auch ein bisschen traurig. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Den One-Up-Trick musst du sowieso machen für 6 Sterne. Wir reden hier kurz, warum Timmy will, dass du's vor Mitternacht schaffst. Ich hatte die Prediction-Funktion von Twitch genutzt, um dir Leute die Kanalpunkte aufwenden konnten, ob du vor Mitternacht fertig wirst. Timmy hat versehentlich die Abstimmung für beendet erklärt. Ah, okay, das ist natürlich der Druck. Ah, 20 gute Minuten bleiben. Ach so. Ah, jetzt versteh ich einiges, Timmy. Just AP. Ah, das geht um ne gute Sache, Freunde. Man muss sich einfach vorstellen, hier geht's um, keine Ahnung, Spenden für ein Tierheim. Die aus dem Nichts entstehen, diese Spenden. Einfach für nen guten Zweck. Es geht um den guten Zweck. Ja, wenn ich's nicht schaffen würde, dann hätten die Leute zu Unrecht ihre Kanalpunkte verloren. Das wär natürlich... Das wär natürlich... Nein, das macht man nicht, ne? Gut, für die Kanalpunkte. Die war mein Kanal sowieso jetzt nicht so viel bewirken, aber... Okay. Freunde, der Kampf um die Kanalpunkte. Da war ich vorhin so viel am Reden und relativ wenig am Zocken. Das ist ja... Das ist ja ein Unding. Okay. Dann first tryen wir das mal mit Tanuki. Und zwar so. War klar. Oh mein Gott. Markus, du groß Maul, mach doch mal. Hat auch Potenzial, dass wir den Shit verlieren. Ich ralle das nicht. Ich mach das auf meine Weise. Ich weiß nicht, warum ich auf die springen sollte. Ich mach das halt einfach so. Na, da sind sie weg. Na, immerhin. Aber an und für sich bleibt jetzt ja nur noch, ähm... Wenn ich nicht hier blöd was verdösbattel. Das wär ein guter Kompromiss, oder? Wenn wir nicht mit dem Tanuki bis zu der letzten Stelle kommen. Sondern immerhin mit dem Superpilz. Und es dann so gebacken kriegen. Ich glaub, da kann ich wieder ruhig schlafen heute Nacht. Ich glaub, das wär... Das wär angenehm. Dafür, dass ich so Larifari gespielt hab, bin ich ja recht weit gekommen. Soweit war ich bisher nur einmal. Heute. Ich wollte doch heute echt kein Geschiss machen mit der Champions Road. Ich dachte nicht, dass es was wird, aber... Also, ein Problem. Warum sieht man die Röhre nicht unter Wasser wieder? Das ist ja ein Ding. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Ich schweige wieder. Ja. Ja, gut. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ich darf die nicht so ohne weiteres verlieren. Tut mir leid. Passt auf. Ich war jetzt wirklich ein bisschen sehr großmäulig in diesem Bereich mit diesen Stachelrollen. Das war... Schlecht. Und deswegen... ...bedanke ich mich bei Drake für den Raid mit 16 Leuten. Guten Abend. Herzlich willkommen. Dankeschön, Drake. Und Gordi, hallo. Alle, die rübergeschwappt sind. Willkommen zum Finale von Mario. 3D World. Vielleicht gibt es den letzten Level. Ja. Zum ersten Mal am heutigen Abend, glaube ich. Vielleicht. Vielleicht. Vielen Dank für die 100 Bits. Angry Aller. Hab 100 habe jetzt CM IPS für die Chuck Passage, wie ich es meinte. Wenn Frage bin, da. What? Vielen Dank, Angry Aller, für die 100 Bits. Ich bin einer. Tippt! Wo. Das war genau. In der个itaate. Ich bin einer. Achse. Wo. Das war. Das ist sehr interessant. Ich meine, es geht jetzt nur noch um Kanalpunkte, ne? Aber ich muss dafür kämpfen, um es denen zu zeigen. Meuer Vertrauen auch nicht zu enttäuschen. Und wenn man so langwierig die Sachen holen muss, habe ich am Ende gar nicht so viel Zeit. Mir geht es ganz gut, Gordi. Also, ja, Butter bei die Fische an die Drake, Leute. Wir haben natürlich den letzten Level jetzt gemacht. Ich habe ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, ne? Also, der aus Galaxy 2 ist schwerer, der aus 3D-Land ist schwerer. Ich wollte es eigentlich ohne Items schaffen, aber... Jetzt holen wir den Tanuki. Und machen damit den Level mit Items. Und es ist die Challenge, dass ich das vor Mitternacht schaffe. Also, let's go. Ne, ich halte jetzt die Fresse. Ich spreche wieder, wenn ich an der Zielflage bin. Herrenwort. Kein Wort mehr von mir. Egal, was passiert. Ab jetzt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und natürlich lagen alle richtig, die auf mich gesetzt haben, gesagt haben, vor Mitternacht, locker flockig. Na, da brauchen wir auch gar nichts Falsches denken, weil, ist so, ne, also ich hätte ja, ist es ja Fakt, dass ich irgendwann die Items geholt hätte. Für meinen Geschmack war es auch mit Items zu spannend, weil, es ist richtig, dass ich den Tanuki eh gebraucht hätte, ja, ist richtig. Aber ich hätte gerne einen in Reserve gehabt, falls was passiert. Und um ehrlich zu sein, ging mir eben bei den Schlüsselmünzen gegen Ende doch ein bisschen, ja, wurde ich doch nervös. Ich will nicht sagen, ich wurde zittrig, aber es ging in die Richtung. Ihr kennt das, ihr kennt das. Und das Witzige ist, ich bin da direkt zur ersten Schlüsselmünze hingehopst und die anderen, äh, also der grüne Stern war ziemlich weit links. Es wäre so geil gewesen, wenn ich den nicht bekommen hätte. Dankeschön. Timmy, Timmy, das war für dich? Ey, Wolfhiller! Wolfhiller, na, am Tag, hallo. Ja, und ich habe ja gesagt, ich, ich, äh, rede erst wieder, wenn ich am, ähm, Zielfall bin. Deswegen konnte ich gegen Ende das Levels auch nichts sagen. Äh, kannst reden, das ist das Ende. Ich, ja, in Creala, wie gesagt, ich habe gesagt, Zielfall, Flagge, und da muss ich mich auch dran halten, ne? Auf zu Mario 64. Ne. Ich fürchte. Ich fürchte nicht, ne? Was soll ich jetzt Mario 64 noch machen, ne? Habe ich im Let's Play nicht die goldene Flagge bekommen? Oh, shit! Hallo, Katar, danke für 1000 Bits. LP, Marco, Scheer, 1000, na, Glückwunsch, nach fast gefühlte zwei Stunden hast du geschafft. PS, Timmy ist Mod und K. An keine Kanalpunkte bekommen, warum Timmy gehetzt hat, frage mich. Ja, weil er das beendet hat, diese Abstimmung, denke ich, und deswegen hätten andere das zu Unrecht erhalten oder nicht erhalten. Ach, Sammy, immer mal wieder, wenn ich denke, ich mache jetzt neue Vips oder Mods, wie auch immer. Das ergibt sich, ein bisschen 64 ist drin. Ich glaube, ein bisschen 64 ist nicht drin, weil ich die Sachen komplett machen müsste. Also, ab jetzt steht in Mario 64 Retro Achievements, steht ja an, dass ich die Welten mit allen Münzen kompletiere und so. Ich sehe den Timmy gar nicht mehr. Timmy, wo ist er denn? Wie wäre es mit Lost Devils? Vielen lieben Dank für 1000 Bits, Alucata King. So, ja, was kann ich noch tun? Ja, wir haben es, ne? Ihr seht es. Jetzt ist natürlich das Ding, man kann jetzt jeden Level nochmal mit jedem Charakter spielen. Und was mit One-Up-Trick? Muss man da irgendwas machen? Damit man so und so viele Sterne im Titelbildschirm bekommt. Yeah, wow, Hype. Wo sehen wir es denn? Wie viele Sterne habe ich? Drei, vier oder so? Wie viele gibt es? Fünf oder sechs? Mario World gibt es nächsten, äh, nächsten Montag. Nächsten Sonntag. Sind die Sterne überhaupt noch irgendwo? Warum sehe ich denn keine Sterne mehr? Pausemenü? Safe-Stand? Was? Plus? Hä, was kann ich wo sehen? Dann Speichertaten. Ah! Loan, man sieht es nur hier. Gut, wir haben vier Sterne übrigens, die blinken, weil ich nie Hilfstanuki benutzt habe. Den goldenen Tanuki. Ich glaube, im 2013er Let's Play wollte ich den einmal zeigen und habe dafür die blinkenden Dinger nicht mehr bekommen. Ähm, so viel dazu. Ja, verstempelt kriegt man halt noch einen fünften Stern, aber die 100% wie immer. Es hätte jetzt keinen Mehrwert, das alles nochmal mit den anderen Charakteren zu machen, da sind wir uns ja einig. Gut, ja. Ich fand es nicht schön heute, aber Hauptsache spannend. Ich hätte es gerne ohne Items geschafft, möglicherweise hätte sich das noch gezogen. Die Zeit vergeht aber auch wie im Flug, ne? Man kennt's, man kennt's, man kennt's. Jetzt sind doch noch einige Leute da, ne? Sechs Sterne, durch volle Leben. Ja, okay. Ja, Drake, guck mal an. Trakes Raid war ausschlaggebend. Für den Sieg. Aber er ist natürlich euch allen gewidmet. CXS-Vielen, vielen Dank für den 20. Monat. Du bleibst ein Pikmin. Danke für den Support. Ist das Stream jetzt vorbei? Ja, hast du noch Bock? Habt ihr noch Bock, Freunde? Ach, dort ist Geburtstag! Drake, wir hätten alles Geburtstag in letzter Saison. Unfassbar. Vielen Dank für den Rates. Happy Birthday mit Ö. Drake, Mensch. Drake, Happy Birthday mit Ö. Alles Gute von mir und der ganzen Bombenbange. Ja, Stasch, ne? Und Drake im 12. Monat, es gibt die goldene Bombe. Wann, wenn nicht heute? Dankeschön. Bloß für den Giftsab an unser Geburtstagskind. Es ist zwar nicht wirklich... Nicht wirklich gut. Es ist vermutlich eine schlechte Idee. Aber 1, 2 Achievements holen wir dann doch noch für euch. Guck mal, Hype Train. Der Drake hat Geburtstag, hat reingeradet. Ihr habt noch Bock. Ich war ja schuld. Aber nicht so lang. Nur bis 5 Uhr, okay? Zapzerab, 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 Zapzerab. Zapzerab, Zapzerab. Die Mods können die Kategorie schon mal umstellen. Auf Super Mario 64. Das wäre sehr lieb. Ich höre das aber sehr laut. Ist für euch die normale Lautstärke des Spiels? Ja, den ganzen Rest von Mario 3D World, ne? Ist ganz gut laut. Zu laut. Ist vielleicht zu laut. Da möchte ich noch was lautet. Okay. Warum ist das denn zu laut? Ihr habt kein Bild, das ist richtig. Ich bin noch am Einstellen. Geht nicht so schnell. Warte mal, wenn ich es so mache? Ich dachte hier, passt es oder ist es zu leise? So, gucken wir mal. Gucken wir mal, andere Controller. Die ist das Ananas. Achtung, nicht erschrecken. Samy, Ehre. Also, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Für die vielen Gift-Subs, Mensch. Das ist ein Haufen Zeug. Ehre an Samy, meine Freunde. Vorhin habe ich die Gift-Subs gar nicht vorgelesen. Von, von, ich glaube, es war Reichi LP. Oh Gott, habe ich nicht nachgeholt. Leise, zu leise. So, die Gift-Subs an. Eule, No Nishitaku, Protonite, 1987, Mike. Da, Beste. Kitty-Chan, Scarlet, Page-Bayonetta und Volo Yu. Hast du Stay-at-Home eigentlich schon fertig aufgenommen? Was bis jetzt fertig ist. Also, es kommt ja noch die Conker-Welt. Acht von neun Welten habe ich. Und die Conker-Welt kommt erst die Tage. Ansonsten habe ich alle fertig. Also, euch zu leise. Ich mache mal einen Ticken lauter. Passt jetzt. Passt jetzt. Crap, 120 Power. Ach so, stimmt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wie Conker. In Banjo-Kazooie Stay-at-Home gibt es eine Conker-Welt. Verfolgt mal das Let's Play. Conker's Bad Fur Day natürlich. Der Banjo-Kazooie. Darum geht es auch in Banjo-Kazooie Stay-at-Home, dass die verschiedenen Nintendo 64-Welten bereisen. Und es geht weiter mit Whitey Westside mit dem Gift-Subs an Mischi. Dankeschön, Whitey. Oh, ich muss, glaube ich, mal... Man kennt's. Passt das so? Also, ich war halt noch nicht so richtig, ne? Ja, passt. Ähm. Danke, Drake. Mach's gut. Danke für 100 Bits. Adu-Kat-Darking. Ja, nee. Vielleicht Let's Play. Ich weiß nicht. Werden wir uns nochmal mit auseinandersetzen. Was haben wir jetzt zu tun? Zuletzt haben wir ja, ja, die normalen Sterne kompletiert. Warum auch immer der Stern mir fehlt, ist eine sehr gute Frage. Ähm, den hole ich erst mal. Warum auch immer der Stern fehlt, ist eine gute Frage. Jetzt geht's um die, ähm, Münzen. Um die gelben Münzen. Und... In jeder Welt alle finden. Das werde ich natürlich kombinieren mit dem entsprechenden Stern. Und deswegen bekommen wir die ganze Zeit dann Achievements. Du hast, ähm, alle Münzen gesammelt. Und die Achievements, du hast alle Sterne in der jeweiligen Welt gesammelt. Das zusammen zu machen, macht ja nur Sinn. Vielen Dank fürs Follow. Und, wo ihr mir vielleicht helfen müsst, alle Leben. Diese Extra-Leben sind eine wilde Sache, ne? Die Schmetterlingsgeschichte kenne ich, aber das hat mit Welt 1 nichts zu tun, ne? Das Spiel ist zu laut. Wir machen den Ticken leiser. Es wird besser so sein. So, alle Münzen. Da müssen wir drauf aufpassen, dass wir das nicht verhauen irgendwo. Ich werde die Welt einfach komplett... Auseinandernehmen. Hype Train 2 bitte unzensiert? Was? Danke für 100 Bits. Was meinst du mit den zensiert? Ach so! Den, äh, Conker dann. Ja, aber Conker Live and Reloaded gibt's ja nur. Also ich hab... Es gibt ja keine verschiedenen Varianten. Bad Fur Day ist, äh... Live and Reloaded ist leider mehr geschnippelt als... Bad Fur Day. Aber ich finde, es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also so manche... Das sind halt ein paar Schimpfwörter mehr, aber ich... Ich finde jetzt nicht, also... Dass das so wirklich viel ausmacht. Lorenzo, mach es gut. Play Madden! Alle leben! Ich hab das Gefühl, ich lerne hier noch was. Alter! Wumms Wuchtball. Und die Stelle gibt's oft bei... Bei Gulliver Skumba und so. Gulliver Gumba. Dass du die Schmetterlinge kicken musst, ne? Muss das mal konzentriert arbeiten. Ich hab da keine Münze übersehen. Gut, ich glaub hier in Bob-Bombs Bombenberg geht's noch. Ey, geht's noch? Aber... Ich kann mir weltenvoll... Also hier, äh... Regenbogenraserei. Ah, kein Bock, ne? Da alle Münzen. Muss man schon, äh... Mobil sein. Das ist das gute Wort. Schmetterlinge kicken. Ja, wenn wir gleich noch... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kommen wir noch zur Wumms Wuchtball. Dann zeig ich's auch mal. Es gibt Schmetterlinge, die kann man treten. Und dann geben die extra Leben. Fragt nicht. Ich frag's auch nicht. Viel lieben Dank für 1000 Bits, Sammy. Danke, danke, danke. Vielmals. Ehre. Küsse deine Augen. Hab ich... Die Kanonen ist auf, ja klar. Dumme Frage. Ich bin noch... Ich bin noch voll im 3D-World, ne? Willst du das echt machen? Was? Was? Das will ich machen. Conker's Bad Fur Day, ja. Alle Münzen sammeln oder alle Münzen in jedem Level sammeln? Ja. Kriegen wir schon hin. Manche... Manche Welten... werden ein bisschen anstrengender, aber... Ja, mei. Ne? Ich hab halt schon... Als Kind... Oh nein, nicht diesborn. Als Kitty halt versucht, alle Münzen zu sammeln. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich's geschafft habe. Ich hab... Ich war der Meinung als Kind. Ich hab's vielleicht in der einen oder anderen Welt auch geschafft, alle Münzen zu sammeln. Alle Anodano-Mals. Es gibt ja auch die Impossible-Coin. Die ist ja zum Glück nicht verlangt, die einzusammeln. Ist ja auch relativ schwer. Fragt nicht. Fragt einfach nicht. Nexo, wie geht das? Ich weiß, es ist spät, aber es ging nicht eher wegen Stress an der Uni. Ähm... Was ist deine Meinung zu Landtagswahlen, Rheinland-Pfalz? Rheinland-Pfalz hat SPD gewonnen, ne? Und Baden-Württemberg waren die Grünen. Ja. Ich glaub, CDU ist halt das schlimmste Übel. In meiner... In meiner... In my opinion. Okay. Politische Meinung. Ganz schwieriges Thema. Guck lieber nochmal nach, ne? Man muss alle Münzen in diesem Kurs sammeln. Äh... In jedem Kurs sind es Retro-Achiefments-Aufgaben, alle Münzen zu sammeln. Jedes Level in diesem Spiel. Nicht nur 100 Münzen, sondern alle. Und wie gesagt, stell dir das mal in der Regenbogenraserei vor. Das wird unangenehm. Aber... Ja, mein Gott. Wo sind denn extra Leben? Wie die Grünen in Darmstadt quasi. Ich weiß nicht, ob in irgendwelchen Kack-Bäumen extra Leben drin sind. Das ist mir nicht ganz... Oh mein Gott. Ich mein, wen jucken die extra Leben hier, ne? Falls ist SPD stark? Ja, kein Plan, ne? Dann ist das... Ich kann euch sagen, dass in Darmstadt zumindest sehr viel SPD... Oder, ja, generell die SPD Darmstadt... Volle Attacke! Auf die Grünen. Volle Attacke. Ich kann es euch jetzt nicht wiedergeben, aber ich lese immer wieder... Werbung im großen Stil, aber die alles machen wollen, ne? Die SPD. Ich lese nichts von der CDU. Ich lese nichts von den Grünen. Wie gesagt, die Partei Volt, die macht hier ordentlich Dampf. SPD hat in Darmstadt übrigens vor den Grünen regiert. Das ist nicht ganz abwegig. Hori, danke für zwei Euro. So, ich muss dann gehen für heute. Euch noch viel Spaß und bis Mittwoch, Bad World. Bits dann und zieht. I-A-O-Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen. Hori, vielen lieben Dank für zwei Euro. Mach es gut. Danke. Und, ja, hau rein. Handhaut auch ab, weil bei ihm kommt der Tchlempner. Ja, und bei uns ist er schon da. So, jetzt mal, wie viele Münzen gibt es insgesamt in dem Kurs? Was habe ich eigentlich übersehen? Das ist noch viel zu wenig. Muss auch noch viel mehr Münzen geben, oder? Natürlich. Ich glaube, Konkers Bad Fur Day ist ab 18. Das ist noch Blut. Ist nicht ab 16. 18. Steht bei den Achievements mit drin. Aber ich frage gerade euch. 146. Was sind die denn versteckt? Bitte schön. Ach so, wir haben noch die Pfähle, um die wir laufen müssen. Ja. Xbox ist... Ja, ich weiß nicht. Xbox ist 16. Aber es wurde Bad Fur Day gesagt. Hast du Spaß, Kappa? Ja, mei. Schlimmeres, ne? Ich kann mich noch gut als Kind erinnern, als wir uns abgemüht haben, überhaupt Münzen zu finden. Ich weiß doch mehr, wie die Pfähle... Ich weiß. Ich habe gesagt, die Pfähle. So viel kenne ich mich auch aus. Oh, Takeru. Das klingt ganz gut. Das wäre ganz cool, wenn du es gleich noch copy und pasten könntest. Oder ich lese es mir. Warte, ich lese es mir. Ich meine, ich kenne doch alle Münzen in dem Level, aber... Trotzdem hätte ich gedacht, es sind mehr. Ach, wartet. Wir machen erstmal die Pfähle, damit ich einen Stern ab. Damit der Stern nicht irgendwo in der Pampas formt. Das wäre mir immer ganz lieb. Da hinten ist auch noch ein Beet. Habe ich das eingesammelt? Achievement unlocked. Sammle alle sieben Power-Sterne in Welt 1. Mir kommt es vor, als wäre ich mit Bär und Vogel. Der wäre jetzt schon mal hier gewesen. Ich kann mich aber irren. Beim Kettenhund hast du es nicht gemacht. Da geht es auch! Beim Kettenhund geht es auch! Really? Mach doch... Mach doch Scherze, oder? Das geht aber doch nicht mehr, wenn er ab ist, oder? Der hat lustig nicht. Das wusste ich nicht, nee. Wieder was gelernt. Nee, nie probiert. Kein... 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 No need for that. Wisst ihr, wie ich meine? Aber die extra leben. Ihr müsst mir mal helfen mit den extra leben. Wo sind die denn alle versteckt, Mensch? Unten am Tor hatten wir natürlich eins. Auf irgendwelchen Kackbäumen, ne? Das kann nicht anders sein. Irgendwelchen Kackbäumen sind auch noch welche, ne? Beim Blumenbeet. Warum sammelst du nicht die rote Münze ein? Ich gehe gerne auf Nummer sicher. Wobei das hier sich zwei Schleine befindet, nervt mich halt auch ein bisschen, weil wir da noch ein bisschen in den Himmel müssen. Beim Blumenbeet. Ja, welches Blumenbeet? In einem Blumenbeet. Weißt du denn, wie viel es insgesamt sein müssen? Na, das finden wir mal schnell raus. Pass auf. Drei! Drei extra leben. Drei extra leben. Eins ist klar. Unten bei der Red Coin. Hier irgendwo. Stimmt. Wenn es nicht sogar der hier ist. Also im Schlossgarten weiß ich es. Im Schlossgarten gibt es auch eine Chiefman. Die habe ich gar nicht gemacht. Genau da. Warum brauche ich noch eins? Wo habe ich denn noch eins gehabt? Da müssen wir ein paar Bäume abchecken. Warum? Weil Baum. Du musst um das Blumenbeet im Kreis laufen. Und der befindet sich zwischen den Bäumen. Was? Was willst du? Könnt mir gerne helfen, wenn ihr wisst, was ihr meint. Aber... Im Tor. Das zweite im Blumenbeet. Und das dritte... Auf der schwebenden Insel. Ich weiß es nicht. Habe ich schon eingesammelt. Na dann. Auf der schwebenden Insel ist noch... Glaub ich gar nicht. Doch, stimmt. Ihr habt recht. Ich muss drüber nachdenken. Habe ich wohl noch nie drauf geachtet. Das da in dem Blumenbeet ein Extra-Leben drin ist. So, wenn ihr mir sagen könnt, wo die Extra-Leben sind, sagt es gerne. Wie gesagt, das ist... Ihr weiß es aber nicht. Ich sammle derweil Münzen. Ich könnte auch nur googeln, Freunde. Aber immer davon ab. Wumms-Wuchtfall mit den... Und Gulle-Wagumba und wo es noch alles ist. Mit dem Schmetterlings-Kicken. Das halt wirklich. Und dass manche Leben bei Bowser despawnen können, wenn man nicht genug Münzen einsammelt auf dem Weg. Das ist mir auch bekannt. Da kommt das Leben erst gar nicht, weil zu viele Objekte quasi noch da sind. Das ist mir auch bekannt. Bei der Kanone, die wie eine Pyramide aussieht, dort auf dem Baum klettern. Dankeschön, Achievement Unlocked. Sammle alle Extra-Leben in Welt 1. Ja, das wäre halt, ne? Freunde, da sind wir ehrlich. Ich hätte irgendwann nur noch jeden Baum abgesucht und hätte es dann irgendwann gefunden. Tut mir leid, wenn es zu viel Backseat-Gaming ist oder Ware. Aber ich stehe dazu. Kacki, mach's gut. Ja, Pellentorfer, wer juckt sich? Ich zeige euch gleich wirklich, also... Extra-Leben, wo ihr euch auch denken werdet. So, WTF. Bäume umarmen macht glücklich, heißt das. Ich hab die aber nicht umarmt. Dann hab ich auch nicht vor. Dire-Dire-Dire-Docs gibt's nur ein Leben. Ich glaub, irgendwo hab ich... Ich hab auch schon Achievements von wegen, sammle alle Leben. Zufällig bekomm ihn. Noch sechs Münzen. Okay, und wo sollen noch welche sein? Lass mal grübeln. Hier ist, glaub ich, nur noch eine. Hab ich denn da unten das Ding geworfen? Hab ich. Koopa. Der Koopa, Freunde. Ist der da? Ach, bitte nicht, ne? Erzählt mir nichts vom Pferd jetzt, ne? Ja. Erzählt mir nichts vom Pferd. Na gut. Das war nur ne Trockenübung. Was macht ihr die Woche so, Freunde? Was steht an? Eine neue Woche steht, äh... Steht uns bevor. Also, was steht an? Immer wieder... Wisst ihr das? Ich hab nicht dran gedacht, ne? Ist natürlich im Kern... Shit. Das ist mal Instant-Main-Fehler, weil ich hab halt nicht dran gedacht. Ich weiß, dass der Koopa... Der Koopa gibt ne blaue Münze. Fünf Münzen wert. Die haben gefehlt. Die konnte ich grad nicht holen. Um's auszusprechen. Ähm, ich weiß ja, dass der Koopa erst kommt. Aber ich hab ihn nicht in der Situation dran gedacht. Aber keiner von euch hat auch dran gedacht. Beziehungsweise keiner hat zumindest reingeschrieben. Ja. Was mein Versagen ein klein wenig schmälert. Ich bin nicht allein. Ihr müsst auch nicht dran denken, ne? Ihr habt hier Kino. Aber... Denen fahrt auch keiner von euch dran gedacht. Einige Termine wahrnehmen. Mhm, mhm, mhm. Ja. Max, dazu gucken wir beim Münzen sammeln. Failed. Termin bei GameStop, um 3D World abzuholen. Starsch. Viel Spaß bei der Champions Road. Ja. Oh, mit dem Panzer geht's auch einfach, die, ähm, die Pfähle vielleicht zu machen von dem, von dem Herrn Kettenhund. Ich sag euch, wie's ist. Es wird bei dem, alle Münzen sammeln, noch mehr Fails geben, ne? Es wird noch mehr, ähm, schwierige Situationen geben. Ja, Officer Tom, das ist richtig. Und das haben wir jetzt auch gelernt und werden wir jetzt auch nicht wieder vergessen. Okay, geht doch nicht so gut. Also, werden wir einen vierten Ordner für die Pokémon-Karten kaufen. Neuordnen, einen vierten Ordner. Zu Hause hocken, Schulaufgaben machen, Skype-Freundringen und Video-Streams schauen. Skype! Okay. Du musst auch die Impossible-Coin einsammeln, Kappa. Nächster hat die letzten Pokémon-Videos gesehen. Also, die Liga und der Champ waren zwar spannend wegen dem niedrigen Level, aber als wir erzählen uns, wie sehr du dir die Kommentare von Haters, von Trollen, äh, Kids zu Herzen nimmst, tat's mir echt leid. Du musst einfach über solchen dummen Kommentaren drüberstehen. Also, mach einfach weiter so bisher, um zu Hause, wie du bist. Was heißt zu Herzen nehmen, ne? Ich nehm, ich reg mich auch nicht auf, ne? Aus dem Alter bin ich raus. Dass ich mich über sowas aufrege. Ja, true. Früher hat man sich da wirklich das zu Herzen genommen. Ich lese das noch und... Ja, liest man genauso. Ja, ich hab ja erwähnt, ne? Es gibt ja... So und so, also... Dutzende Leute, die schreiben, machst du toll, schau das gerne, dies, das. Aber der Kommentar, auf den man sich dann versteift, ist halt... Dann die Kritik, oder beziehungsweise, darauf hab ich direkt angespielt. Also, es war schon sehr reflektiert gemeint. Das war schon... War schon klar. Aber ich hab mich halt gefreut in dem Pokémon-Part, um mal was reden zu können, ne? Und wenn mir da kein neues Thema einfällt, dann bleib ich oft lang beim Thema. Deswegen wirkt es so. Dass mir das richtig nah geht. Aber... Wer uns glaubt, glaubt, ich bin noch nicht abgeblüht. Dass ich mir bei jedem Hater-Kommentar wirklich einen Kopf machen würde... Alter, das würden meine Nerven doch gar nicht mitmachen. Kann doch nicht so viel Lebensenergie verlieren, verschwenden. Da ist das Leben. Gut, das hab ich gar nicht mehr wahrgenommen. Muss mich jetzt vergewissern. Ich will nicht. Okay. Ado! Willkommen zurück, Ado! Guten Morgen! Ado, wie geht's? Alles gut. Neuen Job suchen. Du wirst dich wundern wegen der Münzen. Domi, wie, erzähl bitte. Was meinst du denn jetzt mit Wundern? Willst du ein Kanto trainieren? Jaja. Ich hab unmittelbar, nachdem ich... Also, es kommt jetzt noch ein Part, weil ich noch auf dem Schiff bin. Aber nach dem Part, der kommt, morgen, denke ich, dann ist es trainiert und wir sind 10 Level höher. Macht leider auch Sinn. Dann passt's. Aber die Leute tun manchmal so, als wäre ich dafür verantwortlich. Oder wäre fehlender Skill verantwortlich, dass meine Pokémon nicht gut genug gelevelt sind. Und das ist einfach schlecht gebalanced. Und jeder, der sich damit auskennt, der weiß, er... Ein Gold-Silber-Kristall. Hard-Gold. Soul-Silber. Ja, aber Elvis musst du dann richtig anstrengen und Strategien überlegen, wie du alle Münzen einlegen kannst. Wenn ich bei Luchser klinge bin, was? Oh, Moment, da waren noch... Ich hab die... Ich glaub, ich hab die Dudes noch nicht geholt. Dankeschön fürs Follow, willkommen. Ich hab nicht auf die, äh... Auf die Bomben geachtet. Das sollte ich mal tun. Oder? Hab ich die genommen? Ich glaub... Ich weiß auch nicht. Ich guck einfach. Ich guck einfach. Lieber Feigebissern. Ja, Feigebissern. Wenn man einen Kommentar von der Beleidigung und übelsten Hate unkonstruktiven unter einem Video von dir sieht, egal ob neu ist oder... Und dir dann der Kommentar zeigt, damit du löschen kannst. Warum? Hä? Warum? Ich will diesen Stern nicht hier haben. Aber andererseits tut dem mir nix, ne? Dieser Stern tut mir ja nix. Ah, Lava. Bei Lava braucht es Strategie. Ja, natürlich musst du, ähm... Natürlich musst du halt den Vulkan zuletzt machen. Aber was... Was werde ich mich denn wundern? Was fehlt denn noch? Insel Lava Land. Was berücksichtige ich da noch nicht? Waffen, Mod, über was für ein Spiel redet ihr schon wieder? Also, heute. Na, das glaubst du nicht. Wir machen heute noch die ersten zehn Welten, das war schon. Ja, in welche Richtung denn? Jetzt, wenn du schon Gack hast, musst du auf Eier legen, ne? Ah, es geht um Breath of the Wild. Ach ja, da hast du dich ja ausgetobt. Okay, mit Zelda-Amiiwo. Hätte ich weitergelesen, hätte ich was von Zelda-Amiiwo gelesen können. Stichwort Bullies. Ja, die, das ist das klar. Die Bullies, die können... Da können die Münzen böse wegfliegen, ist ja klar. Das habe ich schon im Sinn, oder? Ich glaube, bei TikTok-Trauma fliegen die Goombas irgendwie... Da haben wir auch schon gesehen, dass die Goombas einfach runterfallen. Es wird auch hier und da mal Gegner geben, die sich einfach total paradox verhalten. So, was, 146 sind's. Ich bin schon mal überlegen, habe ich denn irgendwas jetzt auf die Schnelle vergessen? Im ganzen Durcheinander. Abseits von hier. Ich bin schon mal überlegen, was ich bin wie weitviel. Ich bin schon mal überlegen, dass ich jetzt nicht so ausgetauscht habe. Ja. 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 Abseits. Habe ich gesagt, abseits. Abseits dieser. Ah, du. 4 zu 1. Deal. Müssen wir mal die Highlights angucken. Ich gucke die Spiele schon gar nicht mehr live. Eigene Mods. Dabei viel Erfolg. Das wäre mir zu wild. Bei einem Bob-Bob habe ich die Münze nicht aufgesammelt. Das ist... Ich wollte mich dafür unsichern. Bei welchem denn? Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Ausfah. Ein Zda. Ich nehme an. Drei. Drei. Wir zählen gleich mal durch. Bei dem Tor, wo der Schalter ist, da habe ich doch... Nee, den habe ich überprüft. Als ich das Tor geöffnet habe... Als ich das Tor geöffnet habe, bin ich dahin, um nochmal zu gucken, ob ich den schon habe oder nicht. Also, 146 sind das Ziel. Ich sehe gerade nur noch zwei Münzen. Ich hoffe aber, einer war oben noch. Wir sind noch hoch. Okay, seht ihr, alle drei sind hier. Wir machen, machen die mich schwach, ne? Wir machen die mich schwach. Gut, sind wir ehrlich. Kotzt ein bisschen an hier. Und Achievement... Unlocked. Warte, jetzt. Wir müssen jetzt auch im Spiel schon verewigt haben, deswegen. Give me a star. Gut, dann den Wump noch hinterher, weil ich euch ja zeigen wollte, ne? Die Schmetterlingsgeschichte. Was haben wir denn? Wie viele extra Leben sind denn in Wurmswuchtwahl? Vier. Vier extra Leben in Wurmswuchtwahl. Und der Menge Münzen, ne? Eddie! Hi! Jo, wir machen noch ein kleines bisschen, ne? Drei jetzt schief, wenn's Mario 64 haben wir noch geholt. Jetzt noch hier. Wisst ihr da was? Muss ich mich jetzt schlau machen? In welcher Mission man das tun sollte? Ja. Missable Achievement? Missable? Aber kein Shit. Warum schreibt da einer Missable? Ach. Ich hab' gesehen, dass da irgendwo bei dem... Na, sag schon. Bei dem U-Boot haben sie Missable hingeschrieben. Oder ein Zeichen M. Das M steht nicht für Mario. Passt auf, Freunde. Um was es geht. Wo sind denn die Schmetterlinge? Hier. Seht ihr diese Schmetterlinge? Ich glaub' ich bin schon zu spät. Wenn ihr auf der Jagd seid, nach Extraleben, gönnt euch den heißen Scheiß. Ja, nee, ich muss... Nee, auf jeden Fall würde ein Extraleben fehlen bei der falschen Mission. Ja, Schmetterlinge, passt mal auf, ne? Das habt ihr noch nicht gesehen. Das ist wild. Das kenn' ich, das weiß ich. Das ist auch... Aber es ist... Es ist... Was ganz Besonderes. Der eine, der da wegfliegt, ne? Der ist es. Hat der Missable oder Visable? Missable. Alter. Ähm, Ado, mach es gut. Ja, klar, kein Problem. Schön, dass du reingeschaut hast. Bis deine. Schöne Woche, Herr Ado. Tschüss. Hast du bei Gulliver Gumma rausgefunden, aber nicht hier. Tja. LP Marco Scheer 100 Link nach oben scrollen zur Highlight des 25 Spieltages des 47. Spielzeit der 2. Bundesliga der Saison 2020-2021. Nö, ja, nee, hab ich. Also, ich, ich find das schon, ne? Ich meinte nur, ich, ich muss es mal angucken bei Zeit. Danke dir. Und danke für 100 Bits. Also, ich bin ehrlich, man kommt sich blöd vor, ne? Man kommt sich blöd vor. Ich glaub, das ist der, der schon weg ist. Manche werden jetzt auch sagen, ey, was macht der da? Ist der noch ganz knusper? Was soll denn das bringen? Der irrt sich doch. Ne, 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 Fai, was versuchst du mit den Schmetterlingen? Wirst du sehen. Das ist was Offizielles. Wär, wär das nicht cool gewesen, wenn es hier einen Stern dafür gegeben hätte? Kicke den richtigen Schmetterling. Da. Und es spawnt ein Leben. Man, 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 man. Man kann sich nicht mal sicher sein, dass dieses Leben gespawnt ist, weil man das gemacht hat. Man muss Schmetterlinge treten, okay? Und den richtigen. Im richtigen Pixel. Wisst ihr, wie ich meine? Das funktioniert. Vielen Dank fürs Follow. Weil, ne, jeder, der Mario 64 spielt, muss natürlich erstmal ein Extraleben holen. Ist ja ganz wichtig. Und diese Extraleben, die muss man halt auch erstmal, ne. Da muss man sich ausgerechnet dieses holen. Das ist auch ganz wichtig. Ist es ein Bug? Ist es ein Klitsch? Ist es ein UFO? Nein, es ist tatsächlich so gewollt. Das steht auch im Spieleberater, aber ohne jeden Hinweis. Also da ist nur angegeben, dass sich an dieser Stelle ein Extraleben befindet. Aber nicht wie. Gibt es in Gulliwagumba nicht sogar mehrere davon? Da müsst ihr mir wirklich, äh, weiß da jemand Bescheid, wo es alle gibt? Schmetterlingsleben, weil die habe ich Angst zu verpassen. Ja. Die habe ich Angst zu verpassen. Das ist ein Feature. Vielen Dank fürs Follow, ne. Seht mal, da kommen die Follows rein, wenn man was lernt hier. Ja. Markus ist hier, Quäler. Oben bei dem Kreisel ist auch einer. Bei dem Kreisel? Also hier kommt ein Extraleben, ne, aber... Auch bitte. Ich wollte es ja nochmal präsentieren, ne. First Trys sind was für Anfänger. Aber gerade, da ging es lang vor ne Bits. LP Marco Scheer 100. Jetzt sehen wir das Original des Welt, was gestisch mittags das Let's Play zu sehen war. Ihr könnt mal vergleichen, was der Unterschied war. True, ne? Stay at home. So, ne? Schaut mal hin, Let's Play. Habt gemerkt, der neue Part mit Wumms Wuchtwahl kam schlechter an als die anderen. So, da hab ich den Dreh raus. Natürlich kenne ich das Leben im Turm. Damit wären wir bei 3. Welches vierte Leben gibt es noch? Neben dem, was im Turm versteckt ist. Schmetterlingboxen und, äh, was ich eben halt verdödelt hab. Was ist das vierte? Ich hätte die Münzen einsammeln können. So, qual, die Münzen. Das bisschen, was ich da hatte. Na gut, die Münzen kann ich verdödeln. Ja, kann ich nicht verdödeln. Ne, ne, kann ich nicht verdödeln. Ich dachte daran, dass die kleinen Wumms, ne, ihre Münzen, aber die kann man ja immer wieder. Der Spitze des Pfahls. Welche Spitze, welcher Pfahl? Danke fürs Follow. Knatterbärt, willkommen. Guten Abend, guten Morgen fast schon. Ach, dieses Leben, ne? Ach, die Stange. Okay, na gut. Die Stange. Das ist natürlich... Dann ist alles klar. Ach, Wario. Ein bisschen Zeit mit der Community verbringen. Oder muss man sogar alle diese Schmetterlinge quasi gekickt haben? Man weiß es nicht genau. Eddie hat mit Donkey Kong Game Boy angefangen. Spaßiges Projekt. Ja, soweit unterhaltsam. Hast du dich schon ein bisschen... Danke, Knatterbärt, fürs Follow. Hast du dich schon ein bisschen... Da gibt es ja diese Time Achievements. Sind die denn knapp bemessen? Oder hast du die noch nicht gemacht? Oder... Wie sieht es nachher aus? Das ist das Einzige, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Habt ihr gesehen, wie dieses Extra-Leben einfach wächst? Danke für die Follows, liebe Leute. Willkommen. Jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Sonntag. Was ist denn los? Irgendwas passiert? Jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Sonntag. Ab 20.30 Uhr live auf Twitch. Ich sag euch gerne auch, was nächste Woche läuft. Am kommenden Mittwoch spielen wir Oddworld New & Tasty. Bevor das neue Oddworld Soulstorm erscheint. Gibt es den direkten Vorgänger. Und zwar von der Playstation 5 aus wird gespielt. Jawollski. Ist aber für PS4 erschienen. Ist auch nicht verbessert oder in irgendeiner Form. Aber von der PS5 aus. Dann kommenden Freitag müssen wir dann doch endlich mal zu Ende machen. Und diesmal werden wir es auf jeden Fall zu Ende machen. Die Retro-Achiefments zu WarioWare Mega Micro Games. Das erste WarioWare damals für ein Game Boy Transition. Das schnappen wir uns. Und nächste Woche ist Sonntag. An dieser Stelle quasi weitere Super Mario World Retro-Achiefments. Da haben wir noch traurige Reste von der Star Road. Es gibt auch noch ein paar lustige Aufgaben. Und dann geht es schon an den Mini-Mario vs. The World. Da möchte ich auf jeden Fall einen kompletten Stream reinstecken. Vielleicht werden die alle von einem Titel angezogen. Da steht immer noch etwas mit der Champions Road drin. Ja gut, ne. Tut mir leid. Falsches Spiel. Oder der Schmetter-Dings-Tipp ist halt so wild. Dass die Leute sich denken, boah, bei dem kann ich noch was lernen. Wenn ich daran denke, dass viele Leute mich loben oder gelobt haben. Dass ich so viel Skill bewiesen habe damals. 2010. Der kann ja alle 120 Sterne sammeln. Also ich sag mal so. Wenn ich heutzutage. Wenn ich in die Zeit zurückreisen würde. Das wäre voll lustig, wenn ich einfach zeigen kann, dass man hier so an den Stern kommt und sowas. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Aber ihr wisst, wie ich meine. Alter, ich wäre bestimmt, ich wäre eine Gottheit, ne. Ganz simpel. All diese Shortcuts und, und, und. Das ist alles Let's Play Marcus Erfindung. Ach ja, da träumt man wieder. Und das meinte ich. Irgendwie habe ich gerade den Gedanken gehabt, dass ich das mit einem Mal schaffen muss. Aber ich kann ja so lange hüpfen, bis die wirklich aufgebraucht sind. Ach guck mal, was ein Hübschi. Natürlich wird unlockt. Alle sieben Sterne in Welt 2. Jetzt hätte ich auch machen sollen eben, weil, äh, damn it. Ich muss ja da hin. Zapperlott. Na gut, dann mache ich jetzt mal kein Risiko. Wurde immer mega gefeiert, dafür, dass ich aus dem Stand das Alphabet rückwärts aufsagen kann. Das ist eine Sache des Auswendiglernens. Rückwärts. Stark. Noch 30. Ich würde ja sagen, hier ist es einfacher als in Welt 1 tatsächlich. Boop boy, danke fürs Follow. Willkommen. Ich denke übrigens auch, dass wir auch Resident Evil 7 noch schaffen. Zu streamen. Also nach New and Tasty wird Resident Evil 7 der nächste Mittwoch-Stream. Dad, ich sage. Spielst du dann Oddworld Soulstorm? Ich spiele Oddworld Soulstorm, aber auf meinem YouTube-Kanal. Ganz klar. Auf meinem YouTube-Kanal. Achievement unlocked. Ich habe ja auch, falls es jemand interessiert, Nikan Sonic, die Titel von Banjo-Kazooie Stay at Home geändert. Ich dachte mir, ich schreibe ja fast sowieso nur noch jedes Mal rein, dass ich in dem Spiel, in der Welt bin. Okay, das war einfach. Das war deutlich einfacher. Ja, zum Beispiel Part 1 hatte ja den Titel Chlopapier-Hamstern in Pandemie-Zeiten. Das war ein catchy Titel. Aber ich erinnere das jetzt einheitlich. Die Titel heißen jetzt einfach Super Mario 64 Bob und Battlefield 1 von 2. Tut mir leid. Ich bin ein generischer... Ich bin ein notorischer generischer Titelschreiber. Ich bin kein Fan davon, wenn man es mehr auf die Spitze treibt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, man redet über ein bestimmtes Thema. Und Thumbnail und Titel lassen gar keine Rückschlüsse zu, was für ein Gameplay gezeigt wird. Das ist nicht die Richtung, in die ich gehe. Ich gehe in die andere Richtung. Ich will, dass wenn jemand sucht nach Bob-Bomb Battlefield in Banjo-Kazooie Stay at Home, dass der eingibt... Stay at Home? Bob? Big Bob? Ne, Big Bob? Der heißt auch Bob-Bomb im Englischen, ne? Ja, klar. Oder, oder... Ne? Dass doch dann mein Video kommt. Davon lebe ich. Meine alten 10.000, 11.000 alten Videos, die werden aus irgendwelchen Gründen gefunden. Okay. So mache ich das. Und ich nenne mein Video nicht, äh, äh, keine Ahnung. Ich, ich spiele heute mit der Kazoo. Und dabei läuft, äh, Pokémon Soul Silver, ne? Tja. Kann man machen. Die einen gehen mehr auf... Der Titel muss interessant klingen. Und ich gehe mehr auf... Ich will, äh, einen Titel schreiben, was im Part drin ist. Äh, das ist... Die meisten Leben gibt's in Tall, Tall Mountain. Aber nicht mehr heute. Ich fürchte, das wär's wohl. Ne, 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 fai. Was fändst du besser? 200 Zuschauer, aber dann Leute, die auch mit dir schreiben. Oder 1.000, aber niemanden. Außer mit den Mods hast du was davon zu tun. Äh, ja. Ne, 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 fai. Ganz ehrlich. Natürlich die 200. Aber warum können nicht die 1.000 trotzdem was... Okay, es wär zu viel. Das ist gut, ne? Es wär zu viel, das ist gut. Nein, also ganz ehrlich, egal wie viele, ähm, Zuschauer man hat, man... Ja, keine Ahnung. Ich, ich halt euch ja auch ein bisschen fest, ne? Wenn ich weiß, yo, Ninenify. Der war auch schon vor x Monaten mal da. Der Bubboy ist hoffentlich das nächste Mal auch wieder dabei. Solche Sachen. Bomber, gute Nacht. Ich würd sagen, wir lassen's jetzt. Es war jetzt nur... ...Tropfen auf dem heißen Stein mit Mario 64 Retro Chiefments. Aber immerhin etwas. Ja, ihr seht ja, ihr habt ja viel zu tun. Ihr habt ja alle noch eine anstrengende Woche vor euch. Ähm, wie gesagt, Mittwoch. Oddworld New & Tasty, da freu ich mich tatsächlich drauf. S4 Smash, dämliche Frage. Eddie, ich muss sagen, Kronk hat wirklich immer richtig gute Videotitel. Er benutzt echt gute Alliteration, Reime und Wortspiele. Das ist echt gut damit. Benutze ich auch gerne. Aber wenn zum Beispiel, ja, so Sachen wie jetzt, ähm, keine Ahnung. Mario Kart. Stern Cup 150 CCM. Ja. Keine Ahnung. Wenn es sowas ist. Aber ich sag mal, jetzt bei Pokémon... Hier, bei Sonic 2006 hatte ich diese ganzen... Da hab ich Silver gespielt. Silver the Hedgehog. Und ich hab in jedem Part oder einige Parts hintereinander nur Silversprüche, ne? Ist nicht alles Silber, was glänzt. Morgenstund hat Silber im Mund. Irgendwie so Sprüche. Das hat sich so durchgezogen, also... Ich bin schon einfallsreich, aber noch über 11.000 Videos. 11.000 Titel. Ne? Sagen wir mal, 1.000 davon sind generisch. Irgendwann geht's... Also, ich hab auch oft Sprüche, wo ich mir denke, das hast du doch bestimmt schon mal irgendwo gesagt. Ne? Das hast du bestimmt irgendwo schon mal... Warum hab ich denn jetzt eigentlich keinen... Mir fehlt gerade was hier. Verblüffend. Weitere mal. Ganz kurz. Also, ich versuchte auch Wortspiele, Reime, irgendwas einzubauen. Manchmal ist es kreativer. Manchmal nicht. Das ist ja spannend. Das ist ja witzig. Das war... Achso. Hahahaha. Whatever. Äh... Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Ich hab den letzten so ein gutes Beispiel. Jetzt komm ich einfach nicht drauf. Steiniger Weg zur Siegestraße. So hab ich den Part genannt. Wie oft hab ich jetzt irgendwas zur Siegestraße gebracht? Oder Siegestraße voraus? Oder sowas. Und ich hab extra das Wort Siegestraße eingegeben, um zu gucken, welche Sprüche ich da schon gebracht hab. Solche Sachen, weil ich die ungern doppelt bringe. Jetzt find ich kein... Jetzt find ich kein gutes Beispiel. Whatsoever. Whatsoever. Ja, Freunde. MC Paul. Jetzt zum Abschluss Welt 3. Nee, wir machen nichts mehr. Mario 64 kommt schon noch. Vielleicht sogar nächsten Freitag. Wenn wir mit WarioWare gut fertig werden, spielen wir Mario 64 weiter. Ja, ja, ja. Also immer am Start bleiben. Immer da sein. Hast du Lust, ein Mario Kart Arcade GP DX als Let's Play zu machen? Da gibt's ein Emulator vorher. Ähm, ja. Alle Mario Kart Arcade GP Teile. Alle vier. Oder die ersten drei auf jeden Fall. Ist im Bereich des Möglichen. Und das würde ich... Würde ich machen. Kronk macht das gut, ja. Kommt Animal Crossing Video zum Kleeplatt-Tag? Ich denke nicht. Der Kleeplatt-Tag? Da kannst du nur Items kaufen, oder? Eigenes Video dazu. Dankeschön fürs Follow. Echt viele Follows heute. Deswegen echt Dankeschön. Ich bin positiv überrascht. Ich geb mir Mühe. Dies gerecht zu werden. Macht das alle gut, KMK. Würdest du noch lieber im nächsten Stream 2000 Zuschauer im Schnitt haben? Oder lieber auf das nächste Special-Video eine Million Aufrufe? Das ist eine knifflige Frage. Million Aufrufe bedeutet richtig viel Kohle. Aber wenn ich 2000 Zuschauer im Stream habe, vielleicht könnte ich den einen oder anderen fesseln. 2000 Zuschauer im Schnitt. Das ist echt schwierig. Ich weiß nicht. Beides hat Vor- und Nachteile. Dann sag ich einfach mal, im Stream 2000 Zuschauer. In der Hoffnung, dass einige da bleiben. Dafür würde ich mich entscheiden. So, meine Freunde. Gut, wir müssen zum Ende kommen. Was haben wir noch? Raid. Also, danke an alle heute fürs dabei gewesen sein. War spaßig. Champions Road hat zu lange gedauert. Aber kann man nichts machen. Dafür ist er da. So ist er gedacht. Und, ähm... Dann gucken wir doch mal, wen wir raiden. Ich wüsste auch schon je... Oh. Ja, nee. Da muss es sein. Als eben dachte ich... Ja, schwierige Entscheidung. Schwierig. Schwierig. Danke für 100 Bits. Aluka Daking. Lp. Marco Scheer 100 war ein schönes Abend. Leute, leider habe ich wieder Spätschicht. Diese Woche wir seh. An uns Mittwochnabend. Spätenabend. Eine schöne Woche. Start euch allen. Bis dann. Und gute Nacht euch all. L. E-NPS. Klein, aber fein. Ich finde es schon okay. Die Markus Community. Zwischen 150 bis 250 Leute reich. Aus. Ja, aber permanent so gute 200, 250 haben, wäre natürlich eine neise Sache. Ach, ich will mich doch nicht beschweren. Ja, wir raiden den Fire Bro. Da spielt nämlich Sonic 3. Das hat es ausschlaggebend gemacht. Sonic 3. Blind oder so? Da gucken wir mal. Da gucken wir mal ganz kurz und sagen Hallo an den Fire Bro. Und steff es so, heben wir uns fürs nächste Mal auf. Lasst da schöne Grüße da. Macht's gut. Langsam Mario wird nicht fett von Pasta im Traum. Oh, Spaghetti. Ne, vom Traum wüsste es zum Glück noch nicht. Hat nicht so viele Kalorien. Jo, bis Mittwoch, Freunde. Und haut rein. Bis dann und ciao. Tschüss. Wenn ich jetzt meinen DS aufhörte für Luigi, meine Augen verbrennen wegen dem Licht. Also, das heißt, geht.